Let's go schnitt! Let's go! We live! We live, we live! Horror-Stream! Mieser Horror-Stream, Leute! Auf Montag, Leute! Yes, sir! Leute! Heute haben wir gefastet! Ja, morgen kommt das Video online! Wir haben endlich 1,5 Fasten gemacht! Viele haben echt gefragt und es ist auch schon lange her, dass wir den letzten Teil gemacht haben. Yes, sir, yes, sir! Gute Verbindung! Wo sind die Leute? Sind wir überhaupt live? Müssen live live sein. Wo ist das? Jawohl! Jawohl, es geht! Es geht ab! Es geht ab, Mannschaft! Es geht ab, Mikrozone! Yes, sir, yes, sir! Leute, was geht's? Es geht ab, Mitglieder! Alle am Start hier, wild! Strahlen am Start! Ich krieg's mal auf jeden Fall eine Story raus! Ja, die Story geht raus! Freunde, ihr wisst, Schaumiger ist auch da! Ja, Mann! Leute, wir haben heute einen Tag lang gefastet! Yes! Und wir sind jetzt live auf YouTube! Auf YouTube-Brownies! Wir zocken Horrorgames, Leute! Und das Fasten-Video kommt morgen online auf YouTube! Ja, morgen kommt's online! Und BAM! Jo, was geht ab? Jo, was geht ab? Wir sind jetzt live! Horror-Stream! Und wir haben heute einen Tag lang gefastet! Das Video kommt morgen auf YouTube! Calvin und Marvin! Check es unbedingt ab! Wird krass! Kommt rein, Leute! Peace! Jo, 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 jo! Jo, jo, jo! Was wird heute gezeigt? Wir haben sogar fünf Games am Start! Ja, Mann! Viele! Leute, letztes Mal hatten wir Hospital 666! Sollen wir damit anfangen? Ja, genau! Sollen wir das machen? Um reinzukommen? Hospital anfangen? Schnell durchlaufen? Weil Marvin hat ja verkackt, ist einfach durch das schwarze Loch... Wie ist? Wir haben das auf deinen Mist gewachsen! Junge! Hey, du der! Das kommt du doch jetzt, Alter! Was ist das? Oder wir gehen auf Abwechslung! Und das machen wir am Ende so! Weil das haben wir ja eigentlich gefühlt durchgezockt, ne? Boah! Oder halt direkt! Boah, oder? Entweder frisch! War schon nice, war schon nice! Kommt rein, Leute! Fünf Games! Wir werden nur noch zwei schaffen! Wir schaffen alle diesmal! Alle Games! Das ist jetzt die Frage! Ich hoffe, wir schaffen alle! Ja, wir können auch Umfolge nochmal machen! Bezüglich! Ja! Oder ihr wollt halt maximal auf Abwechslung gehen! Kommt auf euch an! Sorry! Bam! Ich würde sagen, erstmal zum Reinkommen für ein Hospital! Gut, man weiß ja eh was Sache ist, ne? Und wir sind echt warm! Ja, Mann! Was hast du für ein iPhone? Ähm... Was ist das neueste? Das davor? Das... 14 Pro! 14 ist das neueste! Ich hab dann 13 Pro, glaub ich! Ne, 15 ist auch draußen! Ne, aber Pro nicht, ne? 15 ist draußen, ist aber Pro! Ah, ist sogar 15 draußen! Ja, aber... Da hab ich 14 Pro, glaub ich! Ich hab auch 14! Ich glaub bei 15 war gar kein großer Unterschied! Aber... Es ist gar kein Unterschied! Es lohnt sich gar nicht mehr zu upgraden! Ja... Ich will so alle zwei Jahre! Du machst eh noch Storys! Genau! Meistens so alle zwei Jahre Neues wegen der Kamera halt! Ich bin auch zu faul die ganzen Bilder rüber zu ziehen, die wichtig sind, dies, das! Ja... Also... Ich reiz das aus! Alle zwei Jahre lohnt sich vielleicht sogar... Reicht! Wenn man eh das Handy nur für, keine Ahnung, schreiben und so benutzt... Ich weiss, du machst immer das gleiche WhatsApp, Alter! Wenn du nicht damit filmst und so brauchst du eigentlich nie... Ist so, Mann! Wenn man jetzt nicht unbedingt Fortnite mit Handy spielt... Das wird... Leute, zock da einer Mobile-Fortnite! Hm... Der meint sein Ernstes! Boah, der Schaumiger ist am Start! Yes, Sir! Boah, war hart heute ohne Schaumigen trainiert, Alter! Gefastet trainieren war hart! Kein Koffee, keine Flüssigkeit! Das ist schon... Das war heavy! Endlich mal wieder ein Banger morgen online auf YouTube Kevin Marvin! Dickes Fasten-Video! Ja, dann... Haben sich ja viele gewünscht! Huuuuuuuuuuu! Okay! Snapchat noch kurz rausknallen, dann geht's ruhig rund! Let's do it! Okay, Hospital, ne? Let's do it! Ich glaube, man hat Schuldgefühle, deswegen will er unbedingt Hospital! Ja, am Anfang... Aber auch reinkommen! Easy, klar! Genau! Kurz durchrennen! Jungs, save einer von euch! Tut Essen am Ende! Haha! Das ist kein Spoiler! Kein Spoiler, kein Spoiler! Überraschend wird's für euch! Ja, Mann! Zack! Zack! So! Alles raus! Let's go, Digga! Ja! Wir haben am Start! Oh oh! Diese saftigen Games hier! Wir haben Syme! Das neuesten! Banger Horror-Game! Das ist gerade sehr im Hype, Leute! Ich glaube, wir zocken als zweites! Ich würde sagen als zweites! Erstmal langsam reinkommen! Da haben wir noch irgendwie Tiki-Tiki-Monlight irgendwas! Das ist auch witzig, sah witzig aus! Hospital 666 müssen wir jetzt anbitten! Wir müssen Helm-Modus freischalten! Find or Be Found! Und Room 13 ist auch ein Anomaly-Game! Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen! Auch ein witziges Game, ja! Das könnten wir am Ende noch machen, falls wir... Genau! Stabile Games! Alle durchgerattet haben! Vielen Dank für dein Support, Bro! Vielen Dank für dein Support, Bro! Ehre noch! So! Kurz mal anpinnen hier! Ganz wichtig, ganz wichtig! Starkler Familia! Starkler Familia! Ehre! Ehre! So! Okay! Auf jeden Fall! Ab geht's, man! Genau! Kurz durchdrehen! Auf Lockerflockig! Warum startet das jetzt hier? Oh! Wegen der Butter, Bruder! Wegen der Butter! Muss noch runtergeladen werden! Oh! Ziel passiert! Was für eine Unannehmlichkeit hier! Hoppala! Hoppala! Wenn es zu lange dauern, steigen wir schon ins neue Hype-Gamer! Nein! Aber geht's schnell! Nee, nee! Easy! Oh! Langsam hier warm geworden auf jeden Fall! Ja, man schaut auch direkt schon das Wetter! Hier wird's nicht mehr warm! Flutzucker steigt! Bloß der Schaumel gewärmt! Ja, man! Ich hab auch gerade einen gesippelt! Erste Koffein reingeballert! Ja, man! Also das vermisst man schon! Man sagt ja, Koffein ist auch eine Droge! Aber ganz ehrlich! Die Droge lohnt sich! Das ist die cleanste Droge! Genau! Das stört dich nicht! Die Alkohol! Genau! Die pusht dich einfach nur so! Ja, man! Und schmeckt! Ohne Koffein geht der Droge! Ohne Koffein geht der Droge! Wir sehen uns GTA 6! Yes, Sir! Yes, Sir! Gibt's schon offizielle Daten, wenn man rauskommt? Oh, es kommt ja noch ein zweiter Trailer oder so! Da hieß es ja immer Trailer 1! Ja! Wo kommt der eigentlich? Gibt ein neues Projekt 13-Game! Projekt 13... Oh, shit! Boah! Krass, krass, krass! Wo ist das zu kaufen? Steam oder? Steam? Wir haben ja Projektleids-Muster! Das hat es vielleicht ein Update gegeben oder so! Fastet ihr auch bis zum 9. April? Nein, nein! Wir haben jetzt ein Video gemacht! Ein Tag! Um einfach mal mitzufühlen! Und viele haben sich das auch gewünscht! Genau! Aber mit Training und so! Wir haben extra hart gemacht! Wir wollten mal wissen, wie das ist! Aber das Training auch ohne volle Flüssigkeit! Und ihr wisst, Leute! Die sind wirklich hier! Das ist ein 3,2 Liter Bottich! Ja, Mann! Das trinken wir eigentlich im Training weg! Im Training! Nur im Training! Eins! Und das diesmal ohne! Plus zu Hause noch! Ohne das Ding ist schon... Da fehlt was! Okay, komplett neue Game! Krass! Aber auch ein Anomalie-Game wahrscheinlich! Die Entwickler merken einfach, das ist ein Trainer! Und sie auch sehr einfach zu entwickeln! Das ist der Trend! Ja, Mann! Die müssen ja nur ein Typ, der da rumläuft! Das noch! Mit Jumpscares und so! Wer wird der erste Entwickler sein, der das nicht mit Jumpscares? Ja, Mann! Wer das richtig wild macht! Der wäre krass! Kommt locker! Bis Sommer safe! Das ist die neue Welle! Sehr stark! Das habe ich auf dem Schirm! Von was? Von dem neuen Game, glaube ich! Also! Yes sir, yes sir! Okay, 72% geht wenigstens schnell! Alter! Jetzt gleich du es! Jetzt bin ich aber gut satt! Ja, Mann! Auf jeden Fall! Es wird bestimmt in Mitte Sommer kommen! Genau! Da kommt ein neues Feast to Fat im Teil! Ich bin krass gehypt da drauf! Ey, das lieben wir diese Games! Das sind die besten Games, Alter! Geilste Gaming-Reihe! Schillazard muss auch wieder nachkommen, Alter! Kommt nichts Neues mehr! Was ist da los? Immer sie hat schon Raum! Dann muss das kommen! Oh! VR müssen auch noch spielen! Boah, ja Mann! Das ist witzig! VR Horror-Game! Aber geht das, dass wir beide eine Brille tragen? Boah! Dann wäre ja läppig, wenn nur einer! Ey, das ist krass! Wenn wir den Schäfer in einen Raum schlagen! Oder einer, der muss zugucken! Dann immer abwechseln! Es wäre sogar ein bisschen gefährlich! Oh, das stimmt! Schäfer! Bamm! Einfach! Ja, Mann! Gefährlich! In den Trennenräumen! Boah, Feuer ist wild! Oder abwechseln! Auch krass! Dann sieht der andere zu! Oder etwas zu lachen! Ja! Multiplayer-4a! Ach du Heiliger! Das wäre auch alles! Jeder an seiner, aber der wäre ja auch creepy! Ja, eigentlich brauchst du so einen riesen Raum, dass du hier nicht die Sachen auseinander schlägst! Ja, Mann! Leute, streamen, liken! Auf jeden Fall nicht! Ja, mal liken, streamen! Richtig! Ja, was ist das denn? Ach so, da kann man so äh... Kabel durchführen oder so? Aber ich vergesse es noch! Aber es ist eigentlich voll praktisch! So! Game ist runtergeladen! Nice, Leute! So! Einem Hühnchen zu rupfen! Yes Sir! Also! Oh, weiter! Guck! Irgendwas wurde gespeichert, aber was? Okay, wir gucken mal! Machen wir weiter! Stefan, wir sind jetzt beim Endlos, das wäre jetzt ein Traum, ne? Mal sehen! Rein hin, die machst du, Digga! Aber wir sind bei Null, also... Okay, wir wollen verarscht! Was bringt ihr Speichern? Irgendwas? Frag ich es mal! Äh, wie war das jetzt nochmal? Wenn keine Anomalie ist, äh, den anderen nehmen! Das musst du mal lesen! Genau, nochmal aufrischen hier! Die Regeln! Wenn keine Anomalie ist, äh, unter dem Aufzug, aus dem sie kommen! Hast du, ne? Wenn keine Anomalie ist, unter dem Aufzug des anderen, genau! So hab ich mir gedacht! Okay, ich sag mal, es ist keine, wir haben eh nichts zu verlieren! Erste Runde Welpenschutz! Ja, wir müssen den Höllenmodus freischalten, Leute! Kurz Speedrunnen bis dahin! Let's go! Let's go! Wir gucken einfach grob! Und du weißt, Taktik immer auf eine Seite gehen da anfangen! Und wir haben immer beim Kaffeeautomaten angefangen! Ich würde sagen, wir machen einfach grob durch, oder? Auch schnelle Welle! Okay, okay, aber sie könnten sich Fehler einschleichen! Sollen wir ordentlich machen? Zumindest da anfangen! Okay, wir fangen mal hier an! Goldener Kaffee! Waren die immer so nah da dran? Waren die überhaupt die Sitze? Boah, jetzt muss man wieder auffrischen, ne? Das war sehr komisch! Aber egal! Ich glaube, es passt schon! Wie clean aus? Fernseher war der aus? Rief da nicht irgendwas? Ich glaube, der war tatsächlich aus! Da ist Dubai! Dubai! Was eigentlich nicht Dubai ist, aber... Dem Brille geht's gut! Der war so ein Schnauzbart! Naturbild, da war auch ein Naturbild! Genau, zwei Naturbilder waren da! Das sieht eigentlich gut aus! Leute, ihr könntet ihr irgendwas feststellen? Man kann am gelben Licht erkennen, wo man aus dem Auto rauskommt! Ja! Oder einfach in der Kaffeemaschine orientieren! Ach stimmt! Da kamen wir raus! Da ist das gelbe Licht, wo man rauskommt! Sah ja gut aus, oder? Sag ich mal! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Easy, easy, easy! Ach stimmt! Das gelbe Licht sind immer da, wo man rauskommt! Oh, falsch, falsch, falsch! Anomaly! 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 Wenn sie eine Anomaly feststellen, drücken sie untergenommen, was aus dem sie kommen! Okay, wir kommen von hier! Let's go! Nummer 3! Easy, Leute! Easy, gar kein Problem! Oh! Clean, Mann! Motherf***er, Alter! In den Müll einmal schauen, oh shit! Oh, nicht, dass ihr da Köpfe sehen! Oh, die Tür ist auf, die Tür ist auf! Und direkt wieder! Wow! Clean, Mann! Motherf***er! Gar kein Problem, dieser Modus! Das ist jetzt so! Easy! Diesmal versuchen wir auch SCP zu besiegen! Am Ende, ne? Safe! Dann kann man ja auch besiegen! So! Okay, müssen wir wieder gucken! Also, Naturbild, Fernseher, goldener Kaffee, also die Stühle waren doch normal! Das Schild, Bruder! Das war da! War hier ein Schild? Safe! Weil hier ist ja nicht Frischgewicht! Hä? Leute, Statement? Das war schon clean! Kurzes Statement zur Aufklärung! Bildern gucken! Oh, die Türen sind riesig! Oh! Guck mal, X-XL Türen, Bro! Sind die wirklich groß? Ja, Bruder! Guck mal, wie groß die sind! Und hier ist wieder dieses... Ah, ja, ja, ja! Boah, gut gesehen! Gut gesehen! Das Gute ist, wir haben uns an ein paar Sachen gemerkt! Manchmal, so einfaches sieht man es! Ja, man, wir haben uns ein paar Sachen gemerkt! Easy! Easy, man! Nummer 5! Let's go! Gehört uns das Spiel! Äh! So! Türen sind normal! Goldener Kaffee... Okay, das Schild ist immer da! Ja, ist auch immer da! Dubai! Der Typ! Der Bré! Sieht ganz normal aus! War keine Faxen! Alles gut! Oh, was ist das hier eine Pflanze auf einmal! Die war doch immer da! Der ist doch! Okay, okay, okay! Kam mir grad komisch vor! Ach, Mülleimer, ne? Höh! Sind wir noch mehr Klamotten? Wie sind der Typ? Warte mal! Ne! Oh mein Gott! Ist das eine Frau oder so? Guck mal! Haben wir uns jemals... Aber haben wir die gleich... Nein, noch nie! Wir haben die gleichen Klamotten wie der Typ! Leute! Sind wir der Typ? Aber guck mal! Die Haare! Eigentlich sind die Wimpern! Aber ganz kurz! Haben wir uns jemals angeguckt? Nein, Mann! Aber ich glaub wir sind das halt! Wir sind der Typ hier, Leute! Alter, ist ja witzig! Oder das Zwilling von uns! Das ist aber auf jeden Fall kein Fehler, ne? Ja! Jetzt check die Mülleimer ab! Ist gut! Ich glaube nicht, dass da noch ein Alien-Kopf ist oder so, ne? Also bis jetzt sieht es sehr clean aus! Really, really clean! Was ist mit dem Bruder hier? Sieht gut aus! Das war so! Ja! Sieht echt auffällig clean aus, ne? Oh! Oh! Leute! Fehler, Leute! Der Typ läuft! Bam! Schick! Sehr aufmerksam! Ist ein Klon! Okay, hiervon kamen wir wieder hoch! Let's go! Let's go! Let's go! Ich bin gespannt auf Höllen-Modus! Oh! Und wieder direkt zurück! Direkt nach oben, direkt nach oben! Nice! Die gönnen uns auf jeden Fall gute oder easy Fehler! Easy! Sehr gut! Let's go! Wir sind weg! Im Business! Skipp, Bro! Skipp! Unseren Klonen geht's gut! Okay, lange keinen clean Raum mehr gehabt! Der sieht aber sehr clean aus! Da legt der Stoff! Der ist am Start! Sehr, sehr, sehr! Okay, ich check nochmal einmal die Müllheime ab! Eigentlich ist es gut, oder? Auffällig, dass das jetzt schon wieder clean wird! Wenn da nichts ist! Nehmen wir den, oder? Ja! Alles auf dem Schirm, oder? Ja! Kopf bewegt? Was glaubst du? Weiter! Was ist der Kopf bewegt? Guck der da! So, der guckt jetzt so! So ganz kurz so! Das wäre echt krass! Das wäre jetzt echt krass! Auf Zeit! Easy! Beim fünften Fahrrad! Gemälde checkt immer unten rechts den Schatten! Stimmt! Hier haben wir mal einen Jumpscare! Ja, da gucke ich aber drauf! Da gucke ich drauf! Das war ja mal so voll so ein Monster, oder so! Okay! Ist gut, oder? Der war gut! Fast der Erste, der gut ist hier! Nehmen wir, oder? Safe! Also der kam jetzt sehr... Wow! Clean, Mann! Motherf*****, Alter! Nehmen wir, oder? Oder, Alter? Ist doch genehmigt! Kann ich nehmen, denn? Eier! Oh mein Gott! Eier auf Tisch! Eier auf Tisch! Eier auf Tisch! Easy, Leute! Hey! Alter! Super gut! Wow! Clean, Mann! Okay, aber jetzt müssen wir auch schnell sein! Jetzt müssen wir auch... Hat es gerade gehangen, Leute? Oh! Nicht clean, Mann! Un-clean! Jetzt kurz die Bildschirmaufnahme beenden, oder? Mein Gott! Jetzt mal Spielaufnahme... Oh, es hängt gerade! Belastet, Leute! Aber wir kriegen es hin! Okay, okay, okay! Okay, bis 16! Wir starten wieder von hinten! Das wird ernst jetzt! Ja! Jo! Wo? Äh? Ach du Heilige, Jo! Wie creepy er lächelt, Alter! Oh, shit! Er dreht durch! Gleich kommt er hinter uns her, Alter! Ja, so wie das klang... Äh, von dem Aufzug, von dem wir kamen, wieder hoch, ne? Warte, nochmal lesen... Warte! Wenn sie keine... Ach so, doch! Wenn sie eine Anomalie... Okay, doch, doch! Let's go! Next Level! Level 10! Oh, Mario verschenkt! Eine Mitgliedschaft! Vielen Dank für den Support, Bruder! Und Glückwunsch ans neue Mitglied! Herzlich Willkommen! In der Brobni Gang! Der Bruder hat sich beruhigt! Ja, selbst hat der Kopf gedreht, ey! Okay, wir starten von hier! Kaffee Automat! Koffees! Fernseher! Naturbild! Tür Tür! Äh, Dubai ist am Start! Dudos! Kein Creep! Er chillt, er chillt! Das sieht sehr gut aus! Oh! Oh! Wow! War das jetzt Anomalie oder nicht? Natürlich! Weiß noch? Ja! Allein das Bild und dann noch der Jumpscare! Weil man so rangeht, haben die nochmal... ganz kreativ gegönnt, ey! Weiß ich, ob wir das letzte Mal gezählt hatten oder nicht? Die Säcke! Zieht nicht? Doch, doch, doch! Nice, Mann! Okay, 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 okay! Höllenmodus! Willkommen! Ja, Mann! Erster Lauf, erster Win! Oh, shit! Direkt wieder zurück! Und weg, Alter! Schießt irgendwas raus! Wir kennen auch alle Fehler einfach! Alles, was wir schon kennen, kommt dir vor! Er braucht Höllenmodus! Er hat entscheiden wir uns frei! Genau, weil der letzte Mal random an die Seite gesprungen ist! Aber ich glaub, dann musst du einfach nur geradeaus in den Aufzug! Obwohl ich es nicht... Hab's verstanden! Wunderbar, weh! Aber es ist verstanden, Bruder! Let's go! Da ist ja so ein Wasserspender nachher, also am Ende nochmal Zielwasser trinken, ne? Und dann nur noch geradeaus, dann klappt das! Okay, Kaffeeautomat! Ich hab's ja so ein Schaumiger! Dubai! Wie sitzt der? Er chillt! Eigentlich macht der nichts außer einmal creepy lachen, ne? Er steht nicht mal auf oder so! Aber was auch krass wäre, stell vor, du gehst... Es ist nichts, ne? Dann gehst du zum Aufzug und dann ist er hinter dir! Ja, so direkt hinter ein! Das könnten die noch mal so... Das wär schon heftig! Sieht alles gut aus gerade! Sieht echt clean aus, Alter! Wow, clean aus! Würde man sagen, der ist... Wow, clean, Mann! Man, das ist easy, oder? Der ist gut! Wir dürfen uns aber auch nicht unvorsichtig werden! Ja, wir sind weit, Leute! Wir sind weit, wenn wir jetzt... Boah, verkackt, dann müssen wir erstmal anderes mal machen! Das ist halt gebracht! Was ist oben mit diesem? Waren ihr immer so viele? Also ich glaub schon! Einmal Feuermelder, Sprengler, Feuermelder, Sprengler, so, ne? Aber sieht schon echt clean aus! Okay, ich check nochmal den Mülleimer ab, dann nehmen wir den auf jeden Fall, oder? Wenn der Mülleimer kein Eld in den Kopf ist, dann... Nehmen wir den echt! Ja! Na, sieht gut aus! Okay, brauchen wir nehmen den! Nehmen wir mit, oder? Ja, sieht gut aus! Ich mag lieber eine klare Anomalie zu haben, als so, ne? Weil das halt immer so, wenn du irgendwas mehr sehen hast, aber... Ja, aber wir nehmen den, ne? Aber eigentlich sollte passen, übrigens! Ja, komm, 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 komm! Aber warte, gegenüber, ne? Keine Ahnung mit der anderen aufzugreifen! Witz, erhobener Brust! Let's go, let's go, let's go, let's go! Oh, Tisch bei den Drugs, nicht gecheckt! Yes! Yes, 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 yes! Wow! Wow! Unclaim! Direkt wieder hoch! Let's go! Direkt gechecktes Level, Leute! Code Speedrunner! Okay, wir sind jetzt gleich schon beim SCP-Gestellt hier! No problem! Easy! Erster Warnwirt, das ist der Anspruch! Also, Kaffeeautomat! Kaffee, drei Stühle, drei Stühle, Fernseher, alles easy! Uhrzeit 6 Uhr! Sieht gut aus! Natur-Build, Dubai, drei Stühle! Oh, wow, 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 wow! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Was geht hier ab, Alter? Yusuf mit 2,50! Vielen Dank für deinen Support, Bro! Vielen Dank, Bro! Oh, chill, Grüß an Yusuf! Merkt man jetzt hier! Okay, 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 okay! Okay, 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 okay! Easy, easy, easy! Natur-Build, drei Stühle, Kaffee, zwei Stühle hier, links, rechts! Dubai ist am Start! Den bringen jetzt blendend! Natur-Build, BAM! Ist hier irgendwas dazugekommen, ne? Ne! Ich glaube nicht! Harter Stoff, ne, wie immer! Sieht bis jetzt clean aus, Alter! Auffällig! Also so clean, dass man schon skeptisch ist, ne? Mit dem Wasserspender stand der immer an der Seite hier? Boah! Stand der immer da? Irgendwie sieht das jetzt grad ein bisschen komisch aus, wenn ich ehrlich bin! Wir checken noch alle Müller mal! Ich weiß jetzt nicht, ob der... Was ein Fehler ist, ne? Mhm! Okay! Okay! Warte, welche sind wir? Oh, letzte! Oh mein Gott! Haben wir es geschafft? Alter, hast du ernst? Denkst du, war immer da? Ich glaube, der war immer da! Dann müsste der... Oh, was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Feueralarm! Boah! Diese ganzen Gongs und Feueralarme! Ich sehe gerade zum ersten Mal Sachen hier, Alter! Am Ende siehst du immer irgendwas! Leute, das ist wichtig jetzt! Das ist sehr wichtig! Das ist der letzte Raum jetzt! Wir müssen einen alten Modus freistalten! Aber ich glaube, das wird schon passen! Leute, was meint ihr? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay, nochmal! Leute, wir müssen das jetzt ins Visier nehmen hier! Das ist ernst, Leute! Das ist ernst! Was ist das mit dem Brick? Da gibt's da was können oder was? Alles gut, alles gut aus! Wir kamen von hier, wenn keine Anamalie ist, andere Aufzugs! Bei dem Bild schauen wir, ob da ein Jumpstick kommt! Nein, nein, das kommt eigentlich nur, wenn da so ein verändertes Bild unten ist! Aber das sieht da gut aus! Alles gut, alles gut! Ist clean, oder? Okay! Ich lese nochmal zur Vorsicht! Also, wenn keine Anamalie, andere Aufzug! Leute, der ist doch einfach nur... Wow! Clean, Mann! Motherf***er! Da verstehe ich meinen Namen! Calvin sagt, der ist clean! Wenn wir jetzt verkacken, ist Calvins Schuld! Wenn wir jetzt verkacken, Marvin Lappel! Let's go! Und, Hartung mit 2 Euro! Vielen Dank, Bruder! Vielen Dank, Bruder! Moin, was es gibt! Okay! Wir müssen jetzt noch einen machen, glaube ich! Oh shit, oh shit, oh shit! Alles angucken, ob wir ein Geschenk bekommen! Okay, 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 okay! Mal sehen, ob die uns das verschenken oder gar nicht! Ich hab was gehört, Bro! Okay, wir starten von hier! Warum geben wir jetzt nicht den Raum jetzt? Ja, wir müssen jetzt mal voll kniffeln! Oh, hier steht überall Sex! Ja, Mann! Anomalie, Anomalie! Sehr gut, das kennen wir noch! Nice, 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 nice! Überall Sex! Okay, jetzt kommt der SCP! Marvel rennt zum Aufzug! Ja, wir machen erstmal... Wir versuchen jetzt, SCP zu schlagen! Aber war das nicht der Forscher? Konnte man den überhaupt besiegen? Ja! Ach echt? Ja! Okay, krass! Ich dachte so... Äh... Man müsste sich... Er packt einen so oder so! Okay! Okay, Leute! Oh! Es geht direkt los! Oh mein Gott! Okay, okay, okay! Er will kuscheln, er will kuscheln! Oh mein Gott, oh mein Gott! Okay, okay! Alter, okay, wir müssen konzentrieren! Du musst check! Ja! Warum ist es schwarz? Warum ist es schwarz? Was ist das mit ihm? Wow! Wohin muss ich eigentlich? Oh! Er kommt immer näher auf! Geht zurück, genau! Was ist mit dem? Sehr gut! Weich aus! Aber du darfst, glaub ich, nicht umdrehen, ne? Oh shit, Bruder! Egal! Guck dir! Denkst du... Okay! Mach auf Taktik, dass wir den angucken, weil manche SP-Muster muss man angucken! Ich muss gucken, wo ich hingehe! Aber es geht noch! Aber wir wissen nicht, ob wir den nicht angucken dürfen, weil... Äh... Willst du Chat? Ja, ja! Boss Minas, vielen Dank für deinen Support! Für die 12 Euro! Könnt ihr mich mal wieder grüßen? Heißt Gabriel und mein Bruder Alex und mein Kumpel... Eremali! Ich habe ihn vergessen, letztes Mal! Weiter so, Jungs! Beste Grüße an... Gabriel! Alex! Und... Eremali! Ich hoffe, ihr habt es nicht ausgesprochen! Beste Grüße! Schöne, schöne Grüße! Oh, der dreht sogar jetzt um! Yeah, yeah, yeah! Okay, wir haben den langsam in den Griff, den Typen! Er zeigt seine Squad-Gains! Ja, Mann! Und seinen... Algen Kopf! Okay, okay, okay! Oh, da sind auch abgehört! Okay, hier, hier, hier! Oh, da hätten wir das Aufzug! Labyrinth! Nicht weggucken! Oh shit, der kommt immer näher jetzt! Warte! Kann ich da schon drücken? Oh mein Gott! Guck direkt! Ich muss hier hin! Oh shit, ich bin genau neben ihm! Guck dir rein! Er kann richtig schnell kommen jetzt! Oh mein Gott! Er kann auch nicht da lang, glaube ich! Aber wenn du wegguckst, dann nicht! Oh mein Gott, was machst du? Okay, okay! Okay, wir sind drin! Oh mein Gott! Let's go! Leute, wir haben den gepackt! Escape Floor von 666! Okay, Mann! Wir sind back! Alter! Im Hospital 666! Oh mein Gott! Ups! YouTube-Video startet! Wir sind back, Leute! Ja, Mann! Wir haben gerade SCP besiegt! Genau! Okay, ich renne durch! Dann ist die Tür auf! Ja! Egal was passiert, wir nehmen diesen auf! Hör, da ist eine Tür! Oh! Krankenhausraum hat es geöffnet! Hä? Jetzt bin ich aber neugierig auf den Typen! Was er da macht! Warte, ich will kurz gucken, welchen Flur wir sind! Wir sind bei 100! Ey komm, wir gehen jetzt rein! Sollen wir rein? Komm! Der saß da die ganze Zeit so stumpf, was macht er jetzt? Wen will er besuchen? Oh shit, oh shit! Abendbrot! Was passiert hier? Bro! Ah, es ist jetzt so ein Besucherraum drin! Warum hängt das auf einmal so? Hä? Das ist dick am hängen, halt! Ich spiele wie unsere Seele! Es hängt! Ich stelle Grafik runter! Hey, da gibt's auch! Kann man mal liegen? Geht das jetzt da weiter, oder was? Geht das jetzt hier weiter? Haben wir ein neues Level freigeschalten? Ach, es geht einfach weiter mit diesem Raum jetzt, oder was? Ich glaube, ja, weil... Jetzt haben wir nicht verkackt! Jetzt sind wir irgendwie weiter gekommen! Oh, sieht denn so dunkel auf einmal aus! Ich hab die Grafik anders gestellt! Das ist eigentlich doof! Schlecht, Marvin! Ja, aber es war am hängen, Alter! Ach so, wegen dem hängen! Gucken wir mal, ob es jetzt klappt! Guck wie das hängt! Oh mein Gott! Oder geht das? Egal, egal! Oh, gute Grafik! Okay, aber wir kennen jetzt gar nicht die Anomalien hier! Weißt du? Ja, das ist das Ding jetzt, ne? Sollen wir erstmal außen gucken? Ja, wir gucken, wie gewohnt außen nicht, dass da jetzt was ist! Und dann den anderen Raum einprägen! Er ist halt weg hier! Ist das jetzt Anomalie, oder nicht, Alter? Ein Fehler und alles von neu, hoffentlich nicht! Redest du, Bruder? Außen gibt es nichts mehr! Also nur noch dieser Raum zählt! Aber ist das jetzt der Musterraum, oder was? Das müsste ja jetzt der Musterraum sein! Ja, die können es ja nicht hinbekommen! Ja, ich will gerade sagen! Die kennen den Raum ja gar nicht! Okay, dann gucken wir uns das nicht gut an! Okay, also! Stühle, Couch, Naturbild, Fernseher, halb offener Schrank! Halb offener Schrank, wichtig! Drogen hier drauf! Stoff! Besucherstuhl vor dem Bett! Stoffeis! Wiese PC da! Wie viele Betten? Drei Betten! Der ist das andere! Dreimal lila! Und dreimal lila, zweimal blau! Er chillt hinter dem Mülleimer! Zwei Stühle hier! Blaue Bett! Auch noch ordentlich Stoff! Wiese Drugs! Da auch noch mal! Stoff um die Patienten! Rollstuhl, Pflanze! Ruhig zu stellen! Okay! Welchen Aufzug nehmen wir aber jetzt? Ist die Frage! Es ist ja jetzt keine Anomalie, denk ich, oder? Ich denk das auch, wir nehmen's! Dann nehmen wir gleich! Kleine Herz für Hummus sehen! Brawny, wir kommen in der Brawny Gang, Bruder! Brawny Gang, Bruder! Auf Nacken! Also, wir lesen noch mal! Keine Anomalie! Unterknopf! Ja! Warte! Wenn sie keine Anomalie finden, drücken sie den Unterknopf eines anderen aufzusetzen! Dann müssen wir den nächsten nehmen! Ja! Dann müssen wir den nehmen! Okay, wir nehmen den! Sehr gespannt jetzt! Bitte, 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 bitte! Und dann eins jetzt, ne? Ich weiß es nicht! Komm, bitte, 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 bitte! Nice! Okay! Okay! Jetzt geht's um Außen, aber gar nichts mehr? Geht's jetzt nur um diesen Raum? Ich würde es jetzt fällen, wenn Pro weiterkommt und eine Tür aufgeht! Aber... Ich bin verwirrt jetzt! War nicht die Stühle eben so? Ja, die waren genau so! Okay! Auch noch Schrank! Drugs! Lila Bett! Stuhl hier vor! Aha! Blaue Bett! Hinter eben Müll! Zwei Stühle hier! Blau! War der eben an? Der Kasten hier? Das weiß ich jetzt gar nicht! Hätten wir das nicht gesehen! Hier ist einfach Herzschlag und so! Ja, ja! So, obwohl er keiner isst bis jetzt! Oh! Das war eben gelb! Ey, du hast recht! Das war eben gelb! Das war wirklich gelb! Da hab ich doch gedacht Vitamin C oder so! Gut gemerkt! Gut gemerkt! Oh shit! Oh mein Gott! Oh, es wird richtig kleinlich jetzt! Boah! Anomaly, Anomaly! Jetzt Profi-Niveau! Oh shit! Ich weiß nicht, bis wie viel geht das jetzt? Ja, wie viel geht das? Okay, der war krass! Einfach dieses Dings hat eine andere Farbe! Der war echt gelb! Boah! Du hast jetzt keine einzigen Fehler gemacht! Crazy! Warte! Hä? Lass mal gucken, ob da optisch was dazu gehört zu den Geräuschen! Ich hab langsam gesagt, dass ich gepackt werde! Boah, das ist ein Leichensack! Boah! Oh, das bewegt sich! Raus! Raus, Bruder, raus! Krass, ja! Oh shit! Selbst gesehen, Adlauge! Sech, 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 sech! Aber keine Stelle! Stell mal vor! Filme, Alter! Let's gooo! Okay, kein Monster hier! So, ist gut außerhalb offener Schrank! Drugs am Stiesel! Boah, waren immer so viele Pillen da? Ich bin ja nicht sicher! Ich bin ja auch schon! PC Station! Er chillt! Er chillt! Zwei Stühle hier! Der ist an! Er ist wieder gelb jetzt! Sieht eigentlich gut aus! Was ist mit diesem Riegel? War der da immer schon? Ich glaube schon! Ich glaube schon! Ein Stuhl hier! War der da? Hab ich nicht drauf geachtet! Und hier nochmal Drugs? Die Frage ist, ist das... Boah, ist schwierig, ne? Schwier! Vor allem, wir hatten das eben ja schon! Ja! Die Flasche fehlt! Welche Flasche? Wo, 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 wo? Gasperin, Bro! Eine Flasche aber! Können wir jetzt den Höllenmodus oder nicht? Ich glaube noch nicht, oder? Sollen wir den nehmen? Oh, der sieht clean aus, ne? Das ist clean, Leute! Wir sagen, nehmen wir, Leute! Wir halten folgendes davon! Und zwar! Wow! Clean, Mann! Motherf***er, Alter! Wir nehmen den, Alter! Wir nehmen den, Alter! Lass gucken! Ja, mal schliere, guck auf! Nice! Oh mein Gott, Leute! Puh! Okay, wir wissen nicht, wie lange das jetzt noch geht! Ja, das... Noch mal 100 bis 116 jetzt? Boah, ist ja hart! Das wäre krank! Und was werden wir verkacken? Sind wir ein ganzer Mann von? Das frage ich mich auf! Die eben schon da, Alter! Sieht da nicht gut aus! Sind wir irgendwie kleiner? Findest du! Wir sind so weit unten, oder? Wo halte ich ja nicht richtig... Träckst du das? Keine Ahnung! Wir kommen jetzt gerade so vor! Ne? Hä? Hä, wir sind doch so unten! Eben haben wir das doch von oben gesehen! Guck mal! Oh! Hey! Wir sind geschrumpft! Wir sind geschrumpft! Ey, was für eine krasse... Äh... Ja, Mann! Alter! Wir sind echt... Bro, wir sind einfach Mini geworden! Alter! Ey, wir schrumpfen immer mehr! Krass! Ey, warte jetzt weg! Hä? War das jetzt Anomalie, ne? Ja, nochmal zum Schieben! Das ist Anomalie! Wenn wir den von unten angucken, müssen wir immer noch klein! Oh, das ist Anomalie! Aber safe! Was denn? Aber sehr kreativ von denen! Ja, Mann! Mal was anderes, ne? Oh! Okay, hier außen ist anscheinend eh nix! Wir sind weg! Schrank ist auf! Pillen sind am Start! Betten! Mülleimer! Stühle! Herz... Schlag! Ist am Start! Oh, sieht alles gut aus! Nö, ist auch okay! Echt gut aus! Echt gut aus! Leute, ist gut, oder? Ist clean, oder? Kann man eigentlich nehmen! Echt gut aus! Gibt echt gut aus! Herzwerk bewegt sich nicht! War das eben? Ne, das hat es generell gar nicht bewegt! Das ist so! Es war steif! Deren Style! Okay! Da würdest du noch behaupten! Okay, okay, okay! Sommerdecke! No Feuermelder hier! Ich glaube, war richtig, oder? Ja, safe! Sollen wir den nehmen? Ja! Komm! Komm! Nice! Du hast jetzt keinen einzigen Fehler gemacht, Leute! Ja, Mann! Der Rollstuhl bewegt sich! Oh! Alter, wie creepy! Okay, krass! Okay, direkt wieder hoch! Leute, weiß jemand, bis welches Level das hier geht? Ja! Das würde mich auch sehr interessieren! Wer das weiß, gerne reinstellen! Dann haben wir den Dings-Modus freigeschaltet, oder? Ja! Kann man sehen! 116! Auch 116! Okay, krass! Ich 6, ich 6! Wow! Shit! Direkt raus! Buh, Leute! Irgendein Geist! Das Spiel studiert, der Arme! Das Spiel easy! Richtig wie der Ausflugger das Ganze! Ja! Okay, 8! Komm! Oh! Ein Leichen, Alter! Okay, easy easy easy! Nice! Solche Anomalien will ich sehen hier! Easy Anomalies! Wunderbare Geschenke! Ich bin gespannt auf den Höllen-Modus! Okay! Sieht gut aus! Okay! Alles gut! Mhm, sehr gut aus! Sieht richtig gut aus! Bis jetzt ist sehr clean, clean, clean! Ah, es sind immer die gleichen Dinge! Hier grünes, schwarz und da weiß! Okay! Grün, schwarz, weiß! Okay! Oh, der sieht gut aus! Der ist clean, Mann! Ja! 100%! Easy! Clean und steril! Easy! Wow! Clean, Mann! Motherf***, Alter! Wenn wir jetzt verkacken... Aber dann kommen wir bei 100, denke ich mal raus! Ich glaube, 100 ist die Basis jetzt, oder? Also wir wollen... Oder stell dir vor, du musst... Beide machen! Mit SCP besiegen! Um Höllen-Modus freizuschalten! Auf Station 5 Vibes, Alter! Mhm! Let's go! Oh! Wer ist denn? Wer ist das denn? Ist das der Entwickler, oder was, Alter? Der Entwickler, so! Zeig mich mal! Er creept da oben, Alter! Krass! Was war das denn? Wie der gelacht hat! Let's go! Pfff! Ich will noch abwürgen! 111 Leute! Champions League Leute! Champions League! Sekutos! 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 Is clean Leute! Is clean! Is clean! Is clean! Is clean! Is clean! Is clean! Kaum schon! Bis 116! Dann haben wir endlich Helden-Modus freigeschaltet! Ja man! Alter! Falsches Bett im Flur? Im Flur? Im Flur? Kann man noch mal ins vorherige Level nehmen? Nein! Wir machen einen Speedrun Leute! Wir machen einen Speedrun! Im Flur? Also kann doch im Flur! Flur gibt es nicht. Eigentlich nur der Raum. Was war falsch? Aber man startet bei 100, easy. Wenig sie sich so unter uns selber triebt. Wir machen noch einen guten Lauf, aber ich habe Angst, wenn wir rausgehen aus dem Spiel, dass wir nicht mal bei 100 sind. Wenigstens noch freischalten, ne? Komm, du spielst jetzt. Mal betauschen? Ja, komm. Die Qualität. Oh, lecker Kicks. Kann ich sagen, sind schon sehr lecker die Kicks. Ah, von Kicks zu willst. Ja, auch für den Frühen. Früher in den 90ern habe ich mich schon reingeführt. Hey, warte, ich bin doch wieder voll klein, Alter. Ja, man, Anomalie. Anomalie, direkt zurück. Aufzug, damit ich kurz zum Floor bin. Da, wo das Licht ist. Da, ja. Da, da, ja. Zack, zack. Flur war eine extra Tür. Also im Flur gibt es doch jetzt noch Anomalie, ne? Geh rein. Wir haben gar nicht mehr ignoriert, ne? Da unten, ne? Fette Haferkekse. Riechen. 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 Okay, also auch hier noch beachten, ne? Ja. Hab nachgeguckt, ihr müsst 60 Level für jeden der 6 Räume machen. Was? Bis zum nächsten Game. Jetzt ernsthaft? Ist das so langfristiges Game noch? Wir haben gedacht, wir wären letzt mal schon am Ende. Warte, da ist ein Bett. Wie viel hier die 6 Räume? Ach, 113, 2... Okay, Bruder. Wie jetzt? Ja, aber ist gespeichert, glaub ich, wenn du rausgehst. Gehen wir auf. 100, ne? Ja, aber ich glaub, hier ist jetzt gespeichert, oder? Geh mal raus. Geh mal quit. Wir testen. Dann können wir jede Etage eigentlich neu machen. Schade, ich dachte, man hat dann direkt Höllen-Modus frei. Ach, krass. Dann zocken wir erstmal ein anderes Game. Bis da auch noch so viel kommt, ne? Ich wusste jetzt nicht, dass das so krank ist. Wir haben auch gedacht, wir haben das fast... Okay, weil das steht weiter. Jetzt müssen wir bei 100 spawnen. Wenn nicht, können wir direkt deinstallieren. Sonst ist das hier... Ja, guck. Oh, sogar da, wo du grad gestoppt bist. Okay, wir sind auf der Etage gespeichert, easy. Okay, das ist schon mal gut. Aber wissen wir schon mal Bescheid. Genau, können wir da den nächsten anknüpfen. Okay, nice. Okay, dann haben wir wenigstens bis dahin gespielt, wo wir aufgehört haben mit dem... Ja. Wo ich verkackt hatte. Okay, dann machen wir erstmal andere Game. Würde ich auch sagen, Leute. Ja, mach. Es gibt nämlich einige Games, die wir noch am Start haben. Dann machen wir pro Etage eigentlich ne Folge, ne? Genau, genau. Safe. Ja. So, Leute. Auf jeden Fall dieses... Welches war das nochmal? Das war das hier, ne? Psalm. Psalm. Und rein da in die Masse. Oh, Leute. Bis du 66 kommst, dann habt ihr Hellmodus. Okay, krank. Boah. Alter, ich will ja... Kwaisi, Kwaisi. So. Psalm. Bist du bereit? Drei. Zwei. Eins. Ich bin's Marvin. Und heute ein neues, gehyptes, gruseliges Horror Game. Und zwar... Psalm. Psalm 5918. Psalm ist ja irgendein Vers aus der Bibel, ne? Ah, okay. Krass. Ich weiß nicht, welcher Psalm das ist, aber... Wir werden's vielleicht erfahren. Ja. Hardcore soll ein wildes Horror Game sein. Sieht schon mal sehr creepy aus, hier. Geh nochmal da drüber. Ah, das sind die Einstellungen. Ach, witzig. Zahnrad, zieh, warte. Oh, nice. Krass. Lade kannst du Musik einstellen. Oh, stumm, ne? Ja. Ich lasse, glaub ich, mal laut. Damit die Jumpscares besonders knallen. Ist das eine Feindlichkeit hier? Ja, ja. Ist das eine Feindlichkeit? Nicht übertreiben. Ah, okay. Ich glaub, mittig passt schon, ne? Ein bisschen nach links. So. Ja. Okay, drück X oben. Ja. Ich nehme mal Fernsehen, ne? Da geht's los. Ja, man. Okay, easy. Kurz umgucken, bisschen Spielzeug auf dem Boden. Wir sind auf jeden Fall im Spielzimmer irgendwo. Ja. Und es spielt sich in der Wohnung ab, das Ganze. Ja, man. Sieht mal sehr, was geht. Oh, krass. Krass, geht euch ab. Oh, wir sind verblutet bisschen. Okay, krass, ja? Okay, Taschenlampe ist da. Ist das in irgendeiner Wohnung oder was? Taschenlampe. Alles dunkel. Mhm. Wir gehen mal rum. Kann auch nicht spenden. Oder ist das ein Keller? Freue ich mich doch gerade, was das für eine Location ist. Ja, wir sind im Haus irgendwie einfach. Voll oft ist man einfach so im Haus drin, in so einem Flur. Oh, Küche. Wild. Natürlich, also hübscher Eingang. Und dann ist man in der Küche. Oh. Da sind richtig viele Fliegen. Das ist vergammelte Spaghetti da auf dem Tisch. Boah, lecker. Vergammelte Spaghetti mit Kloß. Fliegen und Klöschen. Okay, verlassenes Haus. Mhm. Ich rufe dann gleich zu. Einfach die Tür ist zugegangen, wo du herkommst. Achso, die ist zu. Ja. Ich erinnere mich an dieses Don't Scream Game gerade irgendwie. Ein bisschen, ne? Ja. Okay, ist auch zu einfach. Wir wurden hier eingeschlossen. Okay, wir müssen schon eine Schlüssel suchen und so weiter. Chili, Vanille. Kaffeemaschine. Diese Filter Kaffee. Mhm. Old school. Brock mit einem Euro. Vielen Dank für deine Zeit. Gott. Fettes Paket. Oh. Vielleicht müssen wir mal die Box da auf. Mhm. Ist da bestimmt irgendein Hinweis oder so. Ja, Mann. Ja. Sieht so auffällig aus. Okay, kann man nicht. War gerade Blut an unseren Händen? Ja. Boah, da sind wir vor die Narben. Was ist das denn? Wer sind wir? Wir sind ein fein krasser Typ. Was ist mit uns passiert? Das war eine fein krasse Geschichte. Na, Pizza? Was ist da draußen? Sonne. Licht. Mhm. Kühnjob macht Geräusche. Ja. Okay, ist ein kleiner überschaubarer Raum. Was kann man hier... So die Träne nochmal. Das geht nicht. War ein Schrank? Ich guck, ob man jetzt hier... Kann man hier Gegenteil öffnen? Schau mal. Guck mal, ob wir den Schränken hinter dir oder so. Ob du die öffnen kannst oder so? Lassen wir hier, der Mörder diesmal. Okay, wir können jetzt machen. Was mit dem Paket da links? Können wir das auch machen? Hm. Kannst du es ducken? Ah, C oder so. Was ist hier? Was ist da, oder? Trotz C. Okay. Kann nichts machen. Okay, krass. Vielleicht... What the hell, Alter? Wie ruhig... Soll das sein... Yes. Ah, hier ist ein Radio oder so. Wo kommt das her? Musik. Leute, weiß jemand wie wir weiterkommen? Hat dich aber so durch die Tür... Woher rein... Achso, komm mal da. Ob du da wieder nötig kannst. Ah. Da stand was. Geh mal gegen. Eben war da ein Zeichen. Hm. Hä? Hä? Was war das denn? Das war jetzt, Alter. Drück. Bro. Was ist das, Leute? Wollen wir geprankt vom Spiel? What the hell? Was ist das? Was geht denn zum Spiel ab? Ist das einfach geglitcht? Ist das ein Fehler? Bro, ist unser Spiel wieder... Ist das ein Fehler, ne? Verflucht? Ist das gedingst? Ja. Äh, geglitcht? Da haben wir ein Glitchproblem. Jetzt sind wir ein Brillchen, Leute. Ja, haben wir schon angeguckt. Der war jetzt nix. Ich schaue doch kein Fehler jetzt. Ja, das weiß ich halt. Nee. Muss ich mal gucken. Wir gucken kurz, um uns zu sicher zu gehen, dass wir jetzt keinen Fehler haben. Versuchst du lang weiter? So. Schon richtig Türschnalle. Dickste Kühlschrank. Okay, er steppt in die Küche. Ist auch für immer gefuckt. Guck mal in den Topf. Oh mein Gott. In den Kochtopf. Ah, du kannst den Deckel da abmachen. Alter. Da an der Ecke, den rechten Topf. Wow. Oh, mal ein Topf. Find ich ziemlich. Wow, clean man. Motherf***er, Alter. Oh. 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 Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was ist denn jetzt los? Oh oh. Ich will wieder essen hier immer. Es ist einfach nachts geworden. Lecker. War das die Oma, die da gelebt hat? Wurde sie gekocht? Die Tür gehen hier alle zu. Was ist das für ne Ecke? Einfach so Settel gegenüber. Anstatt zum Fernseher. Wie soll man da Fernseher gucken? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wow, Alter. Ey, das ist ein Schritt. Sind das deine Schritte? Nee. War von dem anders. Wie zum Fernseher. Was soll das? Läuft da irgendwas? Ja, ne, 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 ne. Nur ne kippe Musik ey. Ne, ne, ne. Was verdient man? Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne. Ne, 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 ne. Ne. Ne, 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 ne. so viele frage was machen wir da mit aufgeschlitzten körper ist ein blut und das sind die augen was da noch frage dann warte konntest du was machen ist das an der hand der finger oder so ja aber anhand einer politischen analyse kann die tue geht auf kann ein bisschen durch gucken das ist das kinderzimmer aus dem intro ich höre was ja irgendwas krabbelt da irgendwas kann auch nichts aufmachen und wir sind tipps oder so was so kärz im buch und diese tollen moment wenn einfach die sachen auf dem bild auf dem gemälde sind es stimmt das ist von dem tisch ärmer da ist eine schublade fast offen also wieder zurück ich stecke es mal ab ich höre ein paar geräusche wo ist das? wo ist das? was geht ab? guck mal da durch was ist da jemand? da geht irgendwas ab, oder? ja irgendwas passiert gerade nebenherum brennt licht also unten liegen irgendwelche gedärme rum ganz random und da ist einfach augenwürde hier jetzt gucken wir nochmal ob wir irgendwas zu basieren haben jetzt gucken wir nochmal ob wir irgendwas zu basieren haben und dann gucken wir einfach venedig einfach venedig wie venedig also hier wild ja du musst richtig ranzoomen glaube ich damit die sachen weg gehen gehe nochmal zu den also wenn das da steht dann drückt da drauf jetzt chip ah ok krass dann sind wir freigestelltet mäßig oh nächster ort dann müssen wir einen Fall aufdecken oder so? ja man das haben wir alles angucken müssen ne ja man also oma wird gekocht ihr kopf ja irgendwelche augen liegen da neben dem sessel oma kopf war auf jeden fall im topf dann waren wir auf Spielzeug am start oder ist das Kind durchgedreht alter ja man das ist das hier vom Intro ne ja man verfluchtes Kind ok wir müssen irgendwas finden Anomalie finden was ist das hier offen ja was gibt es hier da kann ja gar nicht hin ja kein Typ vor dem hat der Angst alter wie so ein Geist fotografiert oder was dauert nicht normal dass hier so ein Bild hängt warte an der Wand oh oh shit oh mein Gott wird der geklopft alter ja das hier ne ja man da liegt irgendwas mhm was ist das hat sich das bewegt guck mal da ah das steht auf wow was ist das ein schwein oder was oh mein Gott der sieht auf oh shit alter Tür ist auf was war das was war das ah die Family für den Fernseher haben wir doch eben gesucht da ist sie Bro oh okay ich glaube du kannst du kannst noch zurück oder für den Fernseher aha 3 und 8 im Wald mit dem Auto mit dem Auto das ist ein Autocamp sieht so aus wenn du dein Auto erfährst ne ja ja da buddelt der deine Leiste oder was was geht ab ich fahre niemals um 3 und 8 im Wald oh der fährt mit dem Auto da so komische Wege dann mit dem Auto unterwegs ja ok da ist irgendeine Hitze ok der hat eine Location wo der hin will was macht der Bruder was drei die Waffe noch ich glaube schon die Waffe das ist eine Waffe ne was geht weiter jetzt in der Hitze wo ist das was machst du mit dem Kopf in der Dunkel jetzt läuft der jetzt in der Hütte drum oh ok das ist wahrscheinlich in der Hütte das ist irgendeine Creepy Sektor ja komische Musik ok wie rollt sich das nochmal wie random soll das sein achso wir können umschalten ne so haben wir gerade auch mal auf den geguckt oder was zum Spiel ich dachte hier wir warten auf Hinweise oder ich kann hier einfach die Sender umändern was ist das Junge ok ok wir haben genug geguckt ok alter nächster Raum Leute ich erinnere mich echt an dieses Don't Scream Game ein bisschen ne ja Halil mit 5 Euro vielen Dank für das Support vielen Dank Bruder Moin Jungs ich arbeite momentan wo mir es nicht Spaß macht macht es sowohl als auch mit den Kollegen was würdet ihr tun habe schon gefühlt überall gearbeitet je nachdem wie alt du bist was finden was dir relativ Spaß macht es ist immer leichter gesagt als getan aber so echt zu gucken was erfüllt dich weil es gibt nicht schöneres als wenn du was machst was du liebst dann fühlt es gar nicht wie Arbeit an sondern einfach genau also in die Richtung gehen was du eher magst dann genau und da dann sich selbstständig machen am besten Leute Ironie wir haben ja ein Fasten Video gedreht da ist einfach 4.38 Uhr und wir haben unser Fasten um 4 Uhr 7 und 4 Uhr heute begonnen ja das ist grad echt verrückt das ist fast die Zeit wo wir heute aufgestanden sind wo wir letztes Mal gegessen haben crazy Leute der fastet auch der Bruder der fastet auch oh shit komm morgen auf Youtube oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott was darfst du denn oh mein Gott einfach Käfer oh der ist weg oh der ist weg ich hab gedacht der kommt oh mein Gott oh mein Gott das ist er schaffen irgendjemand will da rein ah nee das ist nicht so groß rein zu gehen versuch die Tür auch zu machen da links hinter dir hinter dir da achso irgendwas will reinkommen oh shit irgendjemand will rein man geh in die Ecke kannst du verstecken wo der Haufen ich geh da rein wo der Haufen war vielleicht beobachten wir dann was wir müssen hier was aufklären ok ok wir gehen da rein wir gehen da rein oh shit ohne Licht hier rein oh mein Gott oh shit ich kann nicht weiter rein ach geht nicht ok geht zur Tür na gut Leute wir stellen uns warte da ist ne was denn ok sei ich kann sich nehmen wer ist da wer zur Hölle was willst du was war das denn oh oh Toll oh endlich Leute Licht das brauchen wir jetzt nice oh shit ok geht dahin wo diese komische Fingere war Kühlschrank, Cheat Day Leute. Miese Abstellkammer. Um 3 Nachts wirst du so ein Cheat Day gegönnt. Einfach Keller ohne Tür Alter. Wow, Alter. Ist das eine Maske? Na ernst? Das kann ja tun, was willst du? Ist das nicht der aus dem Video? Sieht aus wie Jason aus. Ja man, aus so einer echten Haut. Ja man. Black Ghost, vielen Dank. Vielen Dank für deine Support. Spielt ihr noch Puppy Playtime Chapter 3 nochmal zweiter? Ach stimmt, müssen wir auch noch. Aktuell halt schließen. Die ganzen neuen Games auf. Ja man. Aber, oh mein. Was ist da? Aus Prinzip müssen wir. Ach so, Bro. Ich dachte schon, ihr DeWing Haare, Digga. Ja, wir kamen von da. Ja, Labyrinthe. X-Pack mit zwei Schweizer Fangen. Oh mein Gott, da ist dieses komische Ding. Ey, so creepy, ne? Was ist das? Aber das zeigt den Weg. Zoom dran an seinem Face, Alter. Wir haben nicht gesehen, Mann. Was ist das? Was soll das sein? Leitet uns hier. So ein Klumpengesicht einfach. Ich creepy, ne? Okay. Deine Flackertskräfte. Warte. Was? War da irgendwas? Kann das sein, dass sowas... Oh shit, oh shit, da kommt das. Kommt jemand. Mal gut, mal gut. mal gut. X-Pack mit zwei Schweizer Kennenlängen. Danke. Alter, meine Lampe geht nicht mehr. Ich denke, es kommt dann aber wir müssen... Machen wir ein Remix? Halt gedrückt. Achso, du kannst es einschalten. Da ist irgendwas auf dem Bild. Auf der Wand. Oh, eine Melodie. Oh, ist das ein Rätsel? Ein, zwei, drei Radius? Vielleicht muss das übereinstimmen mit der Melodie. Vielleicht müssen wir komponieren. Okay, drei Radius. Mach jetzt mal an. Ist das der Beat? Mach einfach mal an. Das ist sogar an. Wenn das Kamera nicht benutzt, das ist schon an. Achso. Okay. Martin. Öffne die nächste Tür. Remix bei Calvin und Marvin. Kann sein, dass wir die Beat besser timen müssen. Ah. Kann das sein? Kannst du echt nichts hier erwarten? Nee, hier noch ein Musikkundzweck von uns. Aber das passt überhaupt nicht. Okay. Guck mal, was ist das? Ja. Irgendein Indianer? Ja. Indiana Jones? Crazy aus, Mann. Irgendeine Tür ist, was? Geht zu der, da ist Licht an. Ja. Irgendwas hat da geknarcht. Irgendein Schrank aufgegangen? Ja, wenn irgendwas ist. Oh shit. Gott. Da unten? Ist der Schrank aufgegangen? Da liegt was. Ich weiß nicht. Was liegt da unten? Du heilige Scheiße, Alter. Du heilige Scheiße, Alter. Wegwübt da, Mann. Komm mal nix. Ein Geräusch, Alter. Was ist das? Nächster Raumschirm angucken. Wir müssen wieder irgendwas finden. Sollen sie auf die Zeichnung zoomen? Hier ist ein Kopf. Gucken mal, was hier alles rumfliegt. Ohhhh. Ist das die Homa wieder? Nee, ist ein Typ. Ja, was du denn? Sollen dran, sollen dran. Schön wie der Kopf. Wer war er jetzt? Alter. Warte. 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 Vielleicht passiert was. Jetzt kommt da jemand jetzt. Oh, da kommt jemand. Warte. Warte. Oh shit, Alter. Alter. Boah, das war intensiv, Dinger. Den habe ich gar nicht erwartet. Boah. Der kam richtig unerwartet. Der war so hart, Mann. Der war richtig hart. Warte. Ach, wir wenden. Ich mach einfach nicht egal. Du denkst mir, hey, was ist das hier? Verdammt, Dinger. Wenn du jetzt mal jumpscafen nacken, dann geht die Tür auf, ey. Windeln Emoji in den Chat, wenn es geknallt hat. Wenn du es fuhlgert. Oh, da ist das Kinderzimmer. Oh, ihr müsst es gerade sehen. Shit, das ist ganz ruhig. Ich habe das Gefühl, ihr wird es richtig scheppern jetzt. Oh, voll die Türen. Okay, zwei Türen. Oh, eine kleine süße Tee-Party gab's da. Schauber ganz schön in der Kindheit. Ich hab den Kuchen gegessen. Leute, unser altes Bett, ich wär mal oben. Ich war oben. Ich war oben, Digga. Ich war oben. Nein, nein, ich war oben. Ich war oben. Irgendwann war ich aber auch oben. Am Ende. Weiß ich noch. Aber damals hab ich dich noch runtergepisst. Weiß ich noch. Ne, du warst echt oben. Ich war oben, Mann. Ich war oben, Mann. Du warst oben, Mann. Krass, ey. Schon lustig, so ein Bett, ne? Gibt es heute noch? Save. Loll. Einfach einen Fortnite-Lama? Loll. Kannst du aufschießen, aufmachen? Ja, Mann. Lama, ey. Ey, wir sind im Universum einfach. Ach so, wir müssen sammeln. Die wollen jetzt eine Party starten. Wie Kinder das machen, weißt du? Krass. Mit imaginären Freunden. Foxy kommt auch dazu. Ey, wir kannst dich das nehmen. Foxy Fox. Äh, Alter. Woa. Wer stalkt uns dabei? Oh, das ist creepy. So, jetzt, höll. Es stört uns bei unserer Tee-Party. Wer ist da? Wer stalkt uns, Alter? Ja, Mann. Wer war nicht... Mit einem Foxy-Schnellbruder? Jo! Alter. Okay, da ist vielleicht auch noch ein Kuscheltier drin. Ich werde ihn kurz aufheben. Sehr creepy gerade. Mhm. Der lässt sich mal aufheben. Doch, doch, doch. Das ist das richtige Winkel. Richtige Winkel, Gastronomie. Ja, alles andere Sache des Winkels. Guck den an. Ist dein Kopf? Ja, Lenski. Geradeaus. Geh, geh, geradeaus. Auf den Gucken, auf den Gucken. Weiter, weiter, geradeaus. Guck den an, Alter. Guck das hin. Okay, der will anscheinend auch nicht, oder? Das ist das Mädchenzimmer. Alles verungestaltet. Auch die Zeichnung. Ja, so. Ah, da. Doch, den Fox müssen wir nehmen. Ente brauchen wir. Ente? Dann noch... Die müssen aber auch schon die richtigen Sitze haben. Ah, dann muss ich den anderen in die Richtung. Ja. Ah, dann drehen wir. Okay. Okay, das war's. Und dann? Am Ende essen die dann? Am Ende? Okay, das geht schon irgendwas. Oh, shit. Ist da wieder der Kopf oder was? Ja, da ist irgendwas am Schweben. Wo? Da ist eine Blume. Was geht ab? Oh, shit. Der Teddy. War der auch dabei? Der Teddy. Was ist mit ihm los? Was geht bei dir? Lass mich aufheben. Yo. Was ist das? Ein Schlüssel? Nice. Okay, okay. Aber den würde ich auch noch aufheben. Nimm den, Bruder. Du musst ihn angucken. Da, wo das Licht ist, guckst du hin. Ach so, das Licht. Genau. Guck dir an, ne? Ja. Aber eben stand da irgendwo. Du konntest ihn nehmen. Irgend den richtigen Winkel treffen. Geh du mal hin. Wir gucken, ob das ist. Was ist komisch? Der ist verwackt, ne? Komm ins Stuppen. Wird gar nicht. Ach so, manchmal auch an so, ne? Ich weiß nicht. Aber eben stand doch hier. Ja, einmal war das. Okay, komisch. Der war hier hinten, glaube ich. Ah, da oben ist noch ein Dino. Aber ne, der war nicht dabei, ne? Der war dabei. Ah, der war da. War der Teddy auch da? Ach so, weiß ich nicht. Guck mal, war der auch da? Aber wir haben Schlüssel auf jeden Fall. Oh, nur einen halben Teddy. Ach so. Guck nochmal das Bild. Ah, wir haben Schlüssel. Du kannst in einen anderen Raum jetzt vielleicht. Ja. Ah, in den nächsten Raum. Ah, hier der, ne? Weil wir bauen ja noch viel mehr Teddy. Besser. Okay. Ich check nochmal den Raum, ob du da wirst. Da ist so eine Box. Oder irgendwas verschlossen. Ah. Da haben wir einen richtigen Winkel. Die machen das aber auch kompliziert. Ja. Die Entwickler, du musst diesen Millimeter erreichen, dann gehts weiter. Ja, schön. Ah, dann gehst du seitlich, da war das Schloss. Eben. Jetzt guckt das Schloss an. Geil. Ach so, das ist oben. Ah, ich schließe gerade auf. Das ist gar nicht beim Licht. Ach so. Man guckt irgendwie anders. Einfach nur mittig gucken. Dann müssen wir den Fuchs nochmal. Okay, ja, Mann. Yo. Wow, 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 wow. Okay, der rote Raum ist da. Das war bei drei. Krass. Ach so, ne. Wo saß der noch? Boah. Egal. Ich glaube rechts, rechts, rechts. Okay. Glaube ich. Wie war das nochmal? Einfach in Mitte des Bildschirms gucken. Ah, warte. Das wäre hier. Genau, geht ein gewisser ran. Ah. Bisschen runter. Bisschen runter. Warte das Bildschirms ungefähr hier. Genau, guck den da mit an so. Moment, Zeitfingers. So, jetzt bleib stehen. Jetzt guck einfach nur nach unten. Bisschen hoch. Endlich. Endlich. Okay. Edge seit drei Monaten in der Brownie Gang, Bruder. Vielen Dank. Oh, brav Edge, ja. Okay. Eine Ente fehlt noch, weiß ich. Klingt wie drin. Da war eine Ente. Kann sein, dass die rechts war. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Guck nochmal das Bild an zur Sicherheit. Ja. Muster. Bloß, ob hier noch irgendwas ist. Bisschen unter dem Bett. Okay, Teddy rechts. Ente ist gerade auch. Ente links und Tiger davor. Das glaube ich richtig gerade dann alles. Okay, die Ente nur noch links. Guck mal, ob du im Bett was machen kannst. Guck mal, ob du im Bett was machen kannst. Guck dich nochmal längs um. Das ist alles normal, ganz im Montag. Okay, wo ist die Ente? Hä, der Müll. Leute, der Müll. Schmeiß nur auf eine Ente. Da geht viel auf eine Ente. Da geht viel auf eine Ente. Mal gucken, wie das festmeißen wird. Jo, wer flüstert da? Okay, immer creepy. Okay, ja. Bitte jetzt Kaffee und Kuchen genießen. Zumal. Gönnt euch. Gönnt euch. Gönnt euch und schauen. Willst du mal Essen besorgen? Oh, Kuchen fehlt auch, ne? Checken wir noch das Bild. Wenn der mit einem Blümchen taucht. Oh, sieht die Tür auf? Ne. Okay. Okay, ich check nochmal Bilder. Shit! Alter! Was war das denn? Nee, das war zu krass, Digga. Das war zu krass. Johohohohohohoiii! Oh! Digga! Tauschen sofort! Boah! Was sag mal? Weiter, Alter! Was zur Hölle was? Alter, ey. Was ist das? Wenn das Print, truen wir keiner... Bruder! Guckt das Video mehr. Oh, Junge! Was ist das für eine Gestalt? Das war jetzt grässlich, ey. Das war ein Totenkopf, glaube ich, ne? Ach du Heiliger, so ein Gratschkopf, Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Jumsker so in die Tiefe geht, ne? Psycho-Stalker 9000, Alter. Boah, das kräftigt den jetzt. Verdammt kräftig. Der kam aus Hölle, Junge. Der war richtig brutal. Oh mein Gott. Vielen Dank für den Support. Wann streamt ihr immer? Immer Montag, Dienstag und Donnerstagabend. Die Tage sind bombenfest gegen Abend. Ich sage jetzt mal so zwischen 20 und 22 Uhr definitiv, ne? Grüßt Arian den Glatschkopf. Boah, ich will ganz kurz das Beide, ne? Arian, du Glatschkopf, schöne Grüße. Richtig. Bam! Verarbeitet das. Kurz verarbeiten, Dicke. Wir kommen gar nicht mehr klar. Das war krank. Wow, die Tür geht einfach hoch. Jo? Alter. Bruder, ey, komm! Oh mein Gott. Was ist das? Alter, Alter. Was ist das? Oh shit, das geht los jetzt. Wie, das geht los. Ach du, Alter. Wie der Außen, Alter. Schau mal jetzt, Junge. Right, Junge. Ich kann sogar ranzuhren. Alter, was ist das? Okay, wir müssen gegen den spielen jetzt. Spiel mal jetzt. Aber es geht noch. Right, Junge. Nachspiel. Oh mein Gott. Ach so, geht? Es geht, drück Escape. Es geht weiter. Nein, es geht weiter. Boah, du kannst dich nicht allein lassen mit diesem Fettkopf jetzt, Alter. Bruder, kuschle mal. Kuschle mal mit dem ein bisschen, Alter. Er kommt hinter uns her jetzt. Boah, das war jetzt so creepy, Mann. Oh shit, geh schnell. Der ist jetzt am Start, ne? Okay, jetzt. Wir müssen aufpassen. Oh, alles hell. Okay, gut, 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 gut. Kommt der jetzt aber noch oder nicht? Tür ist zu. Was ist da denn? Oh. Oh, man kann Dinge auch sammeln. Wir müssen Sachen sammeln. Origami. Geh heute, es geht rätsellos hier oder was? Einfach schnipsen. Ach so, Scherben. Wir müssen das reparieren. Okay, mehr Scherben. Wir sind aber auch gut geburt aus der Hölle, Alter. Also, wir sind in seinem Team eigentlich. Wir sehen ja richtig besser aus. Wir sehen uns an. Vielleicht will er sich auch noch befreunden mit uns. Ist so, vielleicht suchen wir uns. Das kann gut sein. Okay, wir machen das jetzt nicht klar. Puh, Leute. Jetzt können wir uns angucken, wie hübsch wir aussehen. Sieht wild aus. Stabile Eierkopf. Stabile. Okay. Nice. Next room. Oder man darf nicht stehen bleiben, sonst kommt der Eierkopf. Ja, Leute, jetzt ist kein Spaß mehr. Wir haben den jetzt aktiviert, den Typen. Die Glocke ist aktiv. Ist so. Ozähne putzen. Meinst du, es rettet noch was? Ozähne. Bei uns? Da fühlen wir uns wenigstens fresh. Oder wenigstens duschen gehen. Vielleicht sehen wir ja da drunter normal aus. Bist du, ne? Okay, wenn du willst, kannst du eigentlich jetzt einen Sprite holen. Ich glaube, jetzt sind wir fast schon von ihm. Aber wenn er jetzt keine Muffensausen mehr. Ich kann dir auch eine holen, Bro. Die Lage ist erklärt. Ich kann dir auch eine holen, kein Problem. Boah, kannst du auch machen. Bitte. Ich habe gar keinen Bock, eigentlich gerade aufzustehen. Merke ich gerade. Kannst ja mal rumgehen, wenn du dich draufst. Aber, Leute, kleine Schonfrist haben wir jetzt hier. Okay, ich gehe so lange ein bisschen rum. Ich wünsche dir was. Ich checke. Jetzt zu den größten Jumpscares einfach noch herfetzt. Ich checke einfach. Alles ab. Was soll das hier sein, überhaupt? Hä? Warte, wir haben die Scherbe repariert. Hier müssen wir doch jetzt was machen, oder? Ah, ich glaube, ich muss auf mich zoomen. Ich glaube, ich muss auf mich zoomen. Ich mache meinen Kälbchen weg. Spielt ihr heute noch Chiller's Art? Chiller's Art haben wir schon alle durch. Oder gibt es ein neues? Chiller's Art haben wir jetzt die Musik verändert. Okay, warte auf, okay. Jetzt mit 2€. Vielen Dank. Frank Calvin. Ich habe gerade keinen Frank am Start. Jetzt mal Y-Up-Pay, leider. Ich spüre Resident Evil 2, 3, 4. Haben wir auch noch vor. Aber sind dann halt so Bonus-Streams. Wir haben ja den Spiegel gemacht. Ich glaube, wir müssen auf und zoomen. Beim Spiegel rein zoomen. Das macht Sinn. Bist du ready? Ich bin bereit, Bruder. Mal einen Schluck. Stimmt. Wir haben den ja jetzt ready gemacht. Das macht Sinn. Kurz Muttern trinken. Mal sehen, was jetzt abgibt. Leute, Streamliken wir nicht vergessen. Also, kurz dann unser hübsches Gesicht dran zoomen und dann... Ja, Mann, das wird sein. Ja, wir klappen zusammen. Das ist der Spiegel. Wir halten im Drucken den Stand. Ja, Mann. Vor diesem fetten Schädel. Hä? Was ist das? Das war's. Okay, war eine Demo, glaube ich, oder so. Haben wir das für Geld bezahlt? Haben wir sogar noch. Ja, weiß ich nicht. Okay, das soll es sein. Krass. Leute. Hauptsache, wir denken, es geht nicht los. Boah, da haben wir auch den heftigsten Jumpscare bekommen und dann war es vorbei. Also, war der heftigste Jumpscare 2024 safe. 100%. Wenn nicht sogar, ever. Eventuell ever sogar. Auch da der Vor, dieser Random, wo der einfach so stand. Wo wir gedacht haben, so hätten wir es gedacht bei Hospital, dass der einfach so hinter einem steht. Genau. Das sind die heftigsten. Das war definitiv 24 der heftigste. Deja mit zwei Schweizer Franks. Vielen Dank, Bro. Können wir ja Panicor spielen. Kann ich mir aufschreiben, ich kann mal abchecken, ob das wild ist. Ja, kann man es mal auf. Achso, ja. Wir machen ein Aufkommen. Leute, auf jeden Fall Daumen hoch. Die Tür geht gerade auf, ne? Jetzt geht es gleich wieder los, ey. Wenn wir vorne fangen abstehen, jetzt geht es richtig erst los. Ja, Mann. Irgendwann kannst du, achso, man kann die Tür anklicken, dann geht es raus. Ja, Mann. Daumen hoch für mehr solcher fetten Horror Games. Das ist brandneu, glaube ich, gewesen. Ja, Mann. Heftigste Jumpscare 2024 safe. Ich schwöre, Alter. Also, er war so hart. Krank, Leute. Leute, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Für mehr heftige Horror Games, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr wollt, checkt, ihr hört unseren Merch-Shop ab. Link in der Beschreibung, Leute. Gönnt euch Kuscheligen. Brownies-Merch. Ey, immer auch, was ihr wisst. Bester Fit, Mann. Checkt's gerne ab. So, so wie gesagt, bis zu deinem Video. Peace. Nice, 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 nice. Krankes Game, ne? Kränke, kränke Game. Also, wir haben Psalm gezockt. Hospital, ähm, machen wir für nächstes Mal. Wir haben jetzt noch Tiki-Tiki. Das ist so Chillersart-mäßig. Ach, chillisch. Wurde ich sagen, gleiten wir da rein. Ja, gleiten wir jetzt mal rein. Wir sliden da rein. Wir haben uns ein bisschen zu erholen. Ja, Mann. Alter, die Jumpscares waren echt heftig, Mann. Die waren heavy. Okay. Die ging schon rein in die Masse. So, wir laufen jetzt schon. Die ging durch die Muskulatur, Leute. Oh, aber. Grafik hat schon mal voll den Weib. Wie immer. Deinem Schillersart-Style. Hättest du für 2 Euro? Vielen Dank. Vielen Dank, Bruder. Vielen Dank, Bro. Streamlight-Block aktivieren. Also, Jumpscares an den Schreiters heute nicht, Leute. Wie ihr gesehen habt. Alter Schwede, Mann. So. Sind sie bereit? Yes, wir bereit. Bye. Was ist das? Tag, Tag. 2, 1. Peace, Leute. Was geht ab? Bis nächstes Video. Peace. Tiki, Tiki, Moonlight Dread, Leute. Neues Horror-Game. Yes. Ich bin gespannt, Mann. Ist im Art von... Bro, was geht da? Macht der Liegestützer mal auf einem Arm? Und da ist einfach überall Blut, ne? Was ist denn die? Er dreht durch. Im Fall im Art von Schillersart-Style. Ihr wisst, wir lieben diesen Style. Wir haben gar keine Maus. Sehe ich gerade. Können wir mit das dazu, gerade? Einfach voll runter. Okay, krass. Leute, Daumen hoch, wie mehr Horror-Games du bist. Ja, man fällt da hoch. Yes, sorry, sir. Oh, wir sind am PC. Erledigt. Oh, auf Deutsch. Auf Deutsch. Wild, was ist das? Ein 3-Jahr-Ner. Achso, das hier. Ein Link. Lesen. Ey, das ist einfach Donut und Cola. Wir machen den Geschichten. Mysteriöser, grausamer Vorfall. Mann ausgeweidet, aufgefunden. Also Gedärme raus, alles. Oh, Brandneu, Leute. März, 18. März 2024. 20 Uhr. 30. 18. Es ist heute. Es ist heute. Yo. Alter. Asawika, Asawika, Japan. In Japan. Ein Mann wurde mit seinem Körper in zwei Hälften geschnitten, nahe dem Bahnhofsbereich von Asahikawa City gefunden. In einem schockierenden Vorfall der Polizei, ratlos gemacht. Hat. Ist ein bisschen komisch übersetzt, aber geht schon. Der Tatort wurde von einem Passanten entdeckt, der letzten Freitagabend ein seltsames Geräusch hörte. Das Opfer sah aus, als wäre er mit einer Axt zerhackt worden und Blut war überall. Die Polizei sperrte den Tatort ab und ermittelte, aber sie haben keine Hinweise oder Zeugen gefunden, die erklären könnten, was passiert ist. Einige Leute haben vorgeschlagen, dass dieser Vorfall mit der urbanen Legende von Tiki Tiki zusammenhängt. Okay. Irgendein Serienmörder oder so. Okay. Anscheinend gibt es da so ein Schema. Einem Geist einer Frau, die von einem Zug in zwei Hälften geschnitten wurde. Okay. Und nun die Bahnhofsbereiche heimsucht. Sie bewegt sich, indem sie ihren Oberkörper mit ihren Händen zieht. Das war wahrscheinlich die am Anfang. Die war ja so komisch mit den Oberkörper. Ja, die war ja schon so. Und macht ein Tiki Tiki Geräusch. Okay. Und schneidet jeden, der sie sieht, in zwei Hälften mit einer Sense oder einer Sichel. Ach du Heiliger. Die kennen ja alle Sense, Mann. Die Polizei hat dieses Gerücht jedoch nicht bestätigt und sucht noch nach der Wahrheit. Sie haben die Öffentlichkeit gebeten, ruhig und wachsam zu bleiben und ihnen jede verdächtliche Aktivität oder Information zu melden. Ich glaube, das wäre das Zeichen auszuwandern aus dieser Stadt. Das ist ein Statement. Verwandte Artikel. Steht das Gerücht der oberen Legende Tiki Tiki im Zusammenhang mit dem Vorfall? Was ist die Wahrheit? Die Bewohner der Stadt Asarvika sind entsetzt. Die Debatten über den Zusammenhang zwischen dem Vorfall Tiki Tiki geht weiter. Okay. Neuer Artikel gerade rausgekommen. Wie kostet das? Das ist unfassbar. Wie konnte das passieren? Zockerboy. Zockerboy. Zwei Mono-Mitglied. Ehremann, Ehremann, Ehremann. Ehremann. Freut mich. Das habe ich gerade vorgelesen. Oh, neuer Artikel oder was? Zu Erinnerung, Lebensmittel einkaufen. Oh, ach du Scheiße, ich hätte fast vergessen, Lebensmittel einkaufen. Äh, wir haben noch einen Donut. Und eine Schaumige ist auch schon alle wieder. Pepsi nur noch am Start. Ein Donut. Das war's. Oh. Gemütliche Crib hier. Kleines Einzelkämpferbett. Einzelkämpferbett. Äh, Gardine, zum Glück zu. Äh, Schrank, easy. Rausgehen. Ich muss die Einkaufsliste mitnehmen. Was ist das? Haben wir keine Küche, kein Bad zu? Einkaufsliste. Wo ist die denn? Schauen wir gehen. Öffnen. Ah. Aha. Okay, Milch, Oliven, ganz normaler Einkauf. Oh, schöner Reis hier. Stabil für die Gains. Wir sorgen vor auf jeden Fall. Wir sind im Training. Kleiner Simulator hier. Let's go. Aber, geiler Style, das Game. Ja, man, immer, Japanische sind immer so alltagsmäßig. Also, so wirklich, man kann sich reinversetzen. Okay, wir sind auf den Streets von Asawaki. Der Zug ist. Ach, der Zug. Oh, shit. Der macht schon gut Lärm. Okay, der Zug ist hier in der Nähe. Arion, Hoshi, grüß bitte Baran, den fetten Türk. Schöne Grüße an Baran. Bäh. Schöne Grüße, Bro. Okay, meinst du, bei der Tankstelle ist es noch? Ah, hier sieht alles zu aus. Ja, da hinten ist noch was. Ich denke, wir müssen einkaufen bei der Tankstelle einfach. Ja, da hinten ist eine Tanke, rechts. Oder warum? Ich wollte schon sagen, leert sich mein Sprint nicht auf. Also. Meinst du, ich sollte mir das ein bisschen aufsparen? Ja, wenn man den verlieren kann. Und sie werden verfolgt? Oh, sieht welt aus. Oh, 24-7 offen. Ja, Mann. Geiles Supermarkt, lebendig aus. Hat man doch Bock, einkaufen zu gehen. Alter. Oh, er war ein dickes Auto. Oh, wie geht's? Fine. Alles frisch? Alles frisch. Okay. Also alles hier am Blingeln, hat man doch Bock einzukaufen. Irassimase. Oh, eine Oma, die kauft auch einen. Die hat nur beide Hälften an sich. Ist nicht die eine Oma. Die teilt sich in Zweifel. Die hat ihre Hände hinter dem Rücken. Zweimal Milch. Let's go. Milch, Knilch. Okay, zweimal genommen. Ey, jetzt kommt die an. Olivenöl. Will die Zunge. Äh. Hallo? Äh? Alter! Wow, wow, was ist das denn? Will die? Alter! Sprechen. Warum folgen sie mir? In der Nacht, während die Geschichten der alten Frau war. Lauf, junger Mann. Wieso warnt sie uns? Weil wir der Einzige sind, der da einkauft, oder was? Haut die jetzt ab auf Legende? Ah ne, die geht sogar einkaufen. Ja, dann kaufst du selber entspannt einen, ne? Äh, brauchen wir Müsli? Ey, wir brauchen das Müsli hier bitte. Wir brauchen den Stoff. Äh, Olivenöl. Okay, das glänzt wenigstens, was wir brauchen. Gesunde, fette. Sehr gut. Sieht aus wie Olivenöl. Auch hier, das brauchen wir auch. Olivenöl. Knabberzeug brauchen wir. Für den Cheat Day. Dreimal. Äh, schmeißen eine Party anstand. Teebeutel. Auf gesund, auf gesund. Für einen schönen kreuzigen Tee. Aufbrühen. Guten Abend, junge Dame. Komm, wir lauschen mal. Haben Sie von dem Tick-Tick-Vorfer gehört? Sie sind jung daher, sind sie vielleicht nicht informiert. Aber anscheinend ist diese Legende in letzter Zeit zur Realität geworden. Das ist echt äußerst beängstigend. Moment mal, wirklich? Was passiert? Heute Nacht genau in dieser Stadt. Wenn sie auftaucht, werden sie nicht mehr entkommen. Seien Sie vorsichtig, junge Dame. Okay, die warten uns für heute, ne? Seien Sie sehr vorsichtig. Ich werde vorsichtig sein. Okay, die warten uns hier alle. Krass. Korrekt, von der Oma auf jeden Fall. Oh, Instant Ramen, sehr wichtig. Lecker Nudeln. Hä? Warum geht die weg? Hä? Okay, die geht weg. Vielleicht geht die ins Lager. Können wir rein. Kurz sneaken. Können wir raus einfach. Vielleicht können wir den Einkauf einfach mitnehmen. Weißer Reis brauchen wir noch. Reis für den Gäns. Oh, oh, oh. Ich sehe noch was, was wir brauchen. Weißer Reis, weißer Reis, weißer Reis. Wo ist der Reis? Teebeutel, Gemische. Spüren wir dran. Willkommen in der Braulie Gang. Freut uns sehr. Herzlich willkommen, Bro. Ich finde nicht mehr was wir brauchen. Heute, wo ist der Reis? Alles abgecheckt hier. Wir müssen aufbauen. Wo ist der Reis, Mann? Säubere Carbs für die Gäns. Wo ist er? Hä? Ich habe doch gerade alles abgecheckt. Aha. Teebeutel. Let's go. Weißer Reis. Geschirrspielmittel. Okay, Spielmittel. Ich brauche es weiter weg. Das ist hier irgendwo. Nee, das ist ein Getränke. Der ist hier vorne. Bro, ich sehe nur Eistichs überall. Was ist das? Voll die Aufgabe, das zu finden. Ja, Mann. Leute, wo ist es? Scharnpasta. Warum sieht das so hart verpixelt aus, dass man nichts erkennt einfach. Hier ist doch Geschirrspielmittel. Hier ist es einfach. Der hat das Challenge. Muss in dem Regal sein hier. Alle Produkte finden. Warte, warum fährt die Frau nicht weg? Ist die nicht mit dem Benz da gerade gekommen? Oh, wir können raus gleich. Wir können gleich abhauen. Okay, wir müssen das letzte mitnehmen, dann können wir raus. Klauen wir das. Warte, wir klauen das einfach, oder? Arjan. Wo ist auch noch Emre, den kleinen Mini-Mund, bitte? Arjan, äh, nee. Emre, beste Grüße, Bruder. Schöne Grüße. Bruder. Hier ist kein Spielmittel. Sollen wir einfach gehen? Ähm, sicher? Ich glaube, ich muss die anderen Regale checken. Guck mal vorne. Und diese hier checken, aber. Was darf ich mal? Aufentspannend. Kurz abscheißen. Okay, wir müssen nicht. Ich war echt da so. Burgers. Aber warum soll das gekillt sein, weißt du? Ja, Mann. Da ist auch nichts. Es gibt kein Geschirrspielmittel. Entschuldigen Sie. Ja, Mann, wo ist die, wenn man die braucht? Weißt du? Hä? Leute, sollen wir abchecksen? Ich hab alles abgeguckt. Aber das muss doch sein, oder? Das ist nicht hier, Bruder. Ich hab alles abgeguckt. Ich schwör, ich hab alles abgeguckt. Aber warte da. Du blinkt da. Oh, stark. Nice. Okay, wir haben alles. Okay, wir gehen jetzt an die Kasse. Und wenn die weg ist, sind wir auch weg. So sieht's aus. Hallo. Okay, wir wollten zahlen, aber wir sind leider nicht da. Okay, das ist klar. Ich muss die Kassiererin finden, um meine Rechnung zu begleichen. Okay, wir haben Schuldgefühle. Wir sind ehrlich, wir suchen sie ja. Oh, die wurde wahrscheinlich auch geschlitzt. Wir kommen wieder hinters Haus. Sie wusste irgendwo was eigentlich. Oder meinst du, die wurde aufgeschlitzt? Oder gleich ist sie in zwei Hälften, Mann. Wer weiß. Geht die auch einfach so weg? Oh, Hinterangang. Wo ist die? Oh, da ist sie doch. Sie ist hier. Mir geht's gut. Blendend. Was machen Sie hier? Es tut mir leid. Ich bin hier, um meine Rechnung zu begleichen. Ehre, Leute. Warten Sie einen Moment. Ich komme gleich zurück. Bitte kehren Sie zurück in den Laden. In Ordnung, ich gehe zurück. Okay. Oh, shit. Was geht denn da ab? Okay, da ist jetzt jemand gerade vorhin in die Stange gefüllt. Alter! Wow! Der hat halt umgefahren, ne? Nein, der ist selber gestorben, oder so? Das war ja sein Blut, ne? Hallo? Ach du heilig, aber was soll ich machen? Boah. Oh, shit. Wir können nichts machen. In Friede unsere Rechnung begleichen. Die Scheiße drauf. Was ist mit der hier? Auch komisch, ne? Leute, merkwürdige Dinge. Okay, sie kommt. Ob wir ihr davon erzählen, oder nur die Rechnung bezahlen? Genau, ich möchte, dass sie bitte bezahlen. Konbanwa. Vor zu einem Dick-Monofar gesehen. Oh. Der Name hat das so. War hier irgendwo ein Telefon? Das können wir Polizei rufen, diese alten Dame los. Die Dame ist etwas eigenartig, denke ich. Nachts erzählst du dir auch mit den Geschichten. Okay, merkwürdige Geschichten. Wir nehmen das, sie nimmt das auch nicht ernst. Wie ist die besten gilt? Wir haben jetzt 2,50. Vielen Dank, bro. Der ist der schönste YouTuber schon immer. Vielen Dank, vielen Dank. Yo, wir sind eingesperrt. Hey, denkst du, der Verkäufer hat irgendwas vor? Mach mal auf! Wer ist hier in der Hintertür? Geh mal in die Toilette. Alter, was geht hier ab? Wir gehen auf den Klo. Wer ist der? Hä? Was ist das denn? Was ist das? Klo? Hallo. Eine Zugfahrkarte. Okay. Okay. Okay, so wie. Geh mit, bro. Mal Tür zu. Guck, ob da... Einfach eingesperrt sind wir. Einfach eingesperrt. Yo. Oh, nein! Nein! Okay, Leute. Das war einfach eine dicke Sense. Nein, sie ist hier. Oh, shit. Ey, die ist das doch. Die ist der Psycho. Nein, ich doch. Die Verkäuferin tut die auf unschuldig. Sagt hier die alte Fahrräder scheiße. Dabei ist die der Creep, ey. Und schlachtet hier Leute ab. Boah. Oh, ich sehe nix. Was machen die denn für Geräusche, ey? Was soll ich machen? Da halte ich recht, da ist so eine... So ein Dampf. Oh, die ist gestorben. Okay, das war doch nicht die Verkäuferin. Oh, shit. Die Verkäuferin ist gerade draufgegangen. Die ist mit der Sense in zwei geteilt worden. Oh, sie krabbelt da hinten. Oh, wie creepy. Oh, shit. Wo waren sie da zu Hause nochmal? Irgendwo wohnen wir denn nochmal? Wir müssen abhauen, man. Die wurde einfach voll geteilt, die Freunde. Rest in peace, alter. Können wir da raus? Oh, sie krabbelt da hinten. War hier zurück, oder? Nee, oder da hinten. Von da, glaube ich. Oh, shit. Kann ich mehr sprinten. Teil dir gut ein. Ja. Ich glaube, von hier kam die. Die Frau wird so richtig in zwei Hälften geteilt, Mann. Nein, wir kamen nicht von hier. Oh. Oh, da kamen wir. Da in die andere Richtung. Wir haben doch die Tanke so gesehen, weißt du noch? Da kamen wir sogar von da. Von da. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, von hier kamen wir. Oh, das sprinten lädt so langsam noch. Mhm. Oh, da hinten. Sprint gleich full durch. Guck mal, wir schön zurück gucken. Okay, let's go. Go, go, go. Let's go. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hoffe, dass ich schnell da rauszustellen. Oh, Alter. Boah. Ende 1 von 2 zerstückelt. Geisteskrank. Alter. Meinst du, die packen uns immer? Müssen wir woanders hin? Nein. Es gab zwei Enden, ne? Ja. Boah. Was hätten wir? Hätten wir doch aufs Dach. Oder in den Hintereingang. Aber man kommt doch gleich hoch, oder? Alter, boah. Wir müssen das andere Ende noch machen. Doch, das war brutal. Dicke, ein Jumpscare und krank. Alter, so gesessen. Geiles Game. Krass, ja. Bruder, sie macht echt einarmige Liegestütze hier, oder? Die trainiert schon, ey. Ja, Mann. Sie hat gelebt mit einer Hälfte noch zu leben. Gelernt. Nochmal das andere Ende jetzt. Okay, komm. Ah, es sieht so aus, als hättest du eine Ende erreicht. Möchtest du von der letzten Kontrollstufe vorsetzen oder von vorne anfangen? Da wollen wir mal. Letzte Kontrollstufe, please. Let's go. Let's do it. Sehr genedigt, dass uns das angeboten wird. So, sie macht einen Dicke. Ah, ne. Ah, die geht gerade? Ja. Macht einen fetten Abgang. Aber von wo kommt die rausgestürmt dann? Ja, Mann, so voll random und dann wird die Hälfte ordentlich an zwei geteilt, ey. Auch mit der Zugfahrkarte ein bisschen random, ne? Naja, es war doch wegen dem Zug, wo die, also, die wurde ja an zwei geteilt durch den Zug. Achso. Wahrscheinlich von ihr die Zugkarte. Man denkt direkt, es ist erst mal die Kassiererin, ey. Ja, Mann. Und dann wurde sie selbst gekillt. Oh, oh. Okay, es gibt eine Leiter, Leute. Oh. Oh, du musst Sachen löschen. Brother. What's you doing, man? Fertig, Gerätegames. Seit wann war das so? Hast du eben darauf geachtet? Äh, mach mal hier, du blödi wasch. Ja, sind ja alle online schon, ne? Ja. Verdammt. Verdammter Bock bist. Warten, musst du kurz ein paar Videos löschen. Löschen mal die. Musst du erst mal reinschauen? Ja, das reicht. Ich bin noch jetzt bei vier gucken. Ja. Wo ist der Bray? Wo ist der Bray? Öffne das. Ah ja. What the hell? Oh, Desktop. Da ist der mal ganz links angezeigt. Der linken Seite quasi. Wird so nicht angezeigt. Eigentlich immer hier. Wo ist der denn da? Ah, da, da, da. Hä? Hä? Nur das? Waren noch viel mehr Sachen, ne? Jetzt gucken wir hier mal. Okay, musst aber reißen. Komisch. Okay, okay, okay. Okay, weiter geht's. Okay, die wurde jetzt erst mal zerlegt, Leute. Ja, Mann. Okay, was sollen wir jetzt machen? Da war eine Leiter. Aber da konnte man nicht hoch, ne? Du warst ja schon da. Ich glaube, man konnte nicht hoch. Wir gucken aber doch mal. Wir können noch mal zu dem einen Auto gehen. Leiter und herum gucken, ne? Ja. Aber waren wir eben rechtzeitig am Kontrollpunkt? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, wenn ich hingehe, zerstückelt die mich. Wie die ankam. Ja, Mann. Okay, krass. Ich versuche mal in den Laden jetzt noch mal rein, weißt du? Na ja, gehen wir mal in den Lagerraum. Das mit dem Auto war auch komisch. Wurde nicht aufgeklärt. Hier ist eine dicke Leiter, Bruder. Oh, es geht nicht zu. Aber egal, da hinten ist was. Leute, that's the way. Oh, Autoschlüssel. Oh, wir können das Auto. Von der Kassiererin. Krass. Ihr Wagen steht doch vor dem Ding. Der schwarze Wagen, ne? Ja, sollen wir durch den Laden? Können wir durch den Laden? Oh. Oh, geht nicht, geht nicht. Statt, statt, statt. Statt, statt. Statt, statt. Leute, wir machen jetzt eine Abfahrt mit dem Auto. Ja, sie kommt, sie kommt. Was? Den Saut. Nein. Wir ziehen durch, Leute. Let's go. Jetzt ziehen wir ab. Jetzt können wir die überfahren. Ja, Sir, mit fette Benz. Dicke, schwarz, geschülter, getrinte Schleifung. Jetzt überfahren wir die sogar. Nice, überlebt, Leute. Wir haben die easy weggeklatscht. Wildes Minigame, ey. Mit Auto krankes, wildes Minigame, ja, Mann. Daumen hoch für mehr solcher Games. Ja, Mann. Fette Daumen hoch. Kommt mehr von sowas. Ja, Mann. Auf dem japanischen Stil immer wild. Ja, Mann. Immer crazy. Auch Grafik, dies, das. Ja, Mann. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keinem Video zu noch passen, Leute. Checkt Gönner unseren Merchjob ab. Link in der Beschreibung. Können wir uns sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace. Oh, geil, dass das auf Deutsch war. Ich dachte, das wäre gar nicht Deutsch. Wie fandet ihr das Game? War das sogar? Das war sogar runtergeladen von irgendeiner Seite. Krass. Nicht mal Steam. Okay, das war das. Wir haben jetzt noch Found or Be Found. Das können wir auch noch zocken. Leute, Stream Like nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Ihr wisst doch Bescheid. Ihr wisst doch Bescheid. Leute, wie fandet ihr das Game war wild, oder? Hatte was, ne? Okay. Du bist wieder dran, Bruder. Mal wechseln. Fair Play hier. Aber wir kommen ja beide nicht um die Jumpscares heute drum weg. Ja, aber euch, die Jumpscares, die knallen einfach. So intensiv, ne? Die sind crazy. Die fetzen richtig rein. Ja, Mann. Und ja, Mann, wenn ihr eine Game-Empehlung habt, immer in die Kommis schreiben oder nach dem Streamen immer reinklatschen. Ihr seht ja sowas, wir ja so zocken, was wir feiern und so. Genau, unter jedem Video schreiben, dann zocken wir es auch irgendwann. Ja. So, nach dem Game erstmal einen Keks. Snacken, snacken. Belohnen erstmal, ne? Dass wir die Jumpscares weggesteckt haben. Ein Gucki zur Belohnung. Gut. Spielte heute noch ein Chillers Art. Ich glaube, wir haben alle durchgespielt. Ja, wir haben, glaube ich, alle relevanten. Aber wenn wir jetzt irgendwelche nicht kennen, könnt ihr die gerne reinschreiben. Aber so an sich haben wir alle angesagtesten durchgezockt, ne? Spielt mal. Hat sich auch einer eben geschrieben? Kinetopäd. Ist eine Virus-Simulation. Eine Trojaner-Simulation. Haben wir da einen miesen Trojaner-Pizze. Ein sehr geiles Konzept. Und geiler Horror-Faktor. Interessant. Eben hat noch einer was geschrieben. Hat der sich auch geschrieben? Irgendwas anderes. Ich schreibe es mir mal auf, bevor ich es vergesse. Ich checke es dann mal ab. Und morgen sind wir wieder online. Okay, Brothers. War schon nicht creepy aus. Brothers. Finde oder wäre gefunden. Okay, bist du ready? Yes, sir. Okay, ist kein Sound. Achso. Auf ruhig, auf ruhig. Okay. Geht erstmal ruhig los. Drei, zwei, eins. Peace, Leute, Basko, bis Kevin. Hier ist es mit Marbet. Heute ein neues Horror-Game. Und zwar Find or Be Found. Finden oder gefunden werden. Und da ist noch eine creepy Gestalt hier. Creepy, ekelhaftes Monster, Leute. Hör mal, keiner kann das anklicken. Daumen hoch für mehr Horror-Games, Leute. Let's go. Fett da hoch. Rein ins Ungewisse, wir sind nicht gespoilert. Let's go. Auf jeden Fall. Genau, das müssen wir finden. Das weiß ich. Dieses lilane Becher-Ding. Ah, warte, komm jetzt noch. Okay, so sieht das aus. Okay, das fällt ja voll auf. Merken, Leute, merken. Das finden wir doch easy. Ich hoffe, ich hoffe. Easy peasy, let's go. Warte, warte, was steht da? Ganz wille Grafik. Don't let the time. Oh, die Zeit darf nicht ablaufen. Wir müssen das in der Zeit finden. Oh, shit. Los, was ist das? Nein, nein. Das war lila, war lila. Oh, shit, überall krass. Okay. Okay. Nee, nichts lila. Okay. Zehn Runden left. Wir haben nur zehn Runden insgesamt. Zehn Leben. Ey, das hier, oder? Ich glaube, es war ein bisschen dunkler, oder? Das war also violett, ne? Ich glaube. Oh, wow. Okay, es war, glaube ich, ein bisschen dunkler. Sonst, das war nicht schlecht. Oh, warte, geh nochmal zurück. Guck mal links, das. Nee, ist halt violett, oder? Okay, okay, okay. Warte, oder? Nee. Stimmt. Hey, drück mal hier. Was ist das? Drück mal auf die Maus bei den Türen. Vielleicht kannst du schließen. Achso. Das? Das hier, oder? Ah, nee, es war das. Nee, es war Lina, ja. Ja, Mann. Shit. Wir haben noch 40 Sekunden plus bekommen. Okay, wir kriegen plus Zeit, umso bessere Zeit. Geiles Konzept. Sieht aus wie eine Vase. Türkis. Türkis, Leute, okay? Türkis, let's go. Merken, merken, merken. Let's go, Champ. Let's go, Champ. Let's go, Beat. Oh, krasser Raum hier. Türkis. Nein, nicht Türkis. Nein, nein, nein. Ich habe es im Kopf. Okay, noch neun Sachen. Dann haben wir es gewonnen, glaube ich. Wie viel Rollmüßig gibt, ne? Ja, Mann. Das hier, Alter, oder? Oh, ja, Mann. Easy, Alter. Oder? Nein, ich glaube, das war... Nein. Minus 20 Sekunden. Das war doch richtig. Was machst du? Das war richtig. Das hat doch eine Wölbung oben. Ach, die Form auch noch. Wölbung, ja, Mann. Okay, ich glaube nicht, ob die Form geachtet. War so eine Wölbung. Geht es jetzt weiter mit dem Produkt hier? Ja, aber wir minus Prozent bekommen. Ich weiß, was passiert, wenn die Zeit abläuft, oder? Sieht man es jetzt nochmal so? Ah, nee. Okay, Farbe war aber richtig. Farbe war richtig, ne? Ich habe nur auf die Farbe geachtet. Mein Fehler. Drei Sekunden, Bruder. Ich will keinen Druck machen, aber drei Sekunden. Ich gehe wieder gleich. Oh, shit. Bruder, wie so ein Kreis, Calvin. Oh, mein Gott. Oh, shit, Leute. Was passiert jetzt? Wir haben den Jumps jetzt, oder? Schnell, such. Such, Bruder. Zehn Sekunden. Easy. Wir schaffen das. Wo ist das denn? Wir schaffen das. Können wir doch mal, wer wusste das? Ich hoffe, wir haben das, Bro. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nimm. Nein, das war das nicht. Aber ich habe jetzt einfach geraten, weil wir am Arsch waren. Wir wollen bei minus Sekunden. Aber ist das jetzt erst das versuchen? Ja. Ach, die Zeit, das ist das jetzt. Also das brauchen wir jetzt. Ja, aber Zeit ist abgelaufen. Zehn, was geht's? Oh, shit. Alter. Scheiße. Was für ein Holzmischel, Alter. Was zum Holzmischel war das, Bruder? Was war das? Aber krasses Game, Digga. Ich feiere das von sieben. Warte, hat das eben auch so begonnen mit dem Cup? Das ist jetzt die Frage. Oder sind es immer andere? Der ist jetzt anders als eben schon mal einer. Okay, okay, okay. Wir gucken uns den dann. Konzentration jetzt. Also der Cup ist jetzt... Hat in der Mitte eine Wölbung. Und ist türkis. Ja. Punkt. Eine Wölbung. Ja. Und sonst. Okay. Reinladen die Masse. Easy. Packen das, Leute. Easy piece jetzt. Easy cheesy. Die Schuhe knirschen einfach wie bei Spongebob. Okay, bis jetzt die Farbe noch gar nicht gesehen einfach. Ja, man. Crazy. Der muss ja öfter geben, weil... Ja, GEMA links oder... Boah, das ist aber groß, ne? Boah, den gibt es noch einmal. Der gibt es nicht. Ich bin schon mal ein Kreis hier, ey. Okay, wir müssen ein bisschen Taktik machen. Ja. Links die ganze Zeit oder so. Ja, aber in der Mitte gibt es auch noch Flüge, ne? Mit drüben. Shit. Geh in die Mitte irgendwie. Was in die Mitte reinmatschen, Bruder? Wie machst du das noch? Oh, was war das? Oh, oh. Oh, man kann gepackt werden, glaube ich. Wie egal, was ist das? Okay, ich brauche gerade Scheiße. Nein. Nein. Ah, man muss mit Systemen ran. Ich bin gerade paranoid am rumrennen. Wie eine paranoide Wurst, du garst. Warte, warte. Hast du gesehen? Ah, verdammt. Jetzt gibt es wieder Warnung. Ja, egal. Rest in Peace, Bruder. Nein, nein, einfach. Ja, mein ich. Zu trotz. Na Gott. Ich finde das immer noch nicht auf Lust. Ja, vielleicht kann man es doch finden. Ich schwöre, du kannst es doch finden. Ja. Wow. Ich glaube, da war das allerdings. Nein, nein, nein. Okay. Das ist einfach, Mann. Gelb. Okay, das heißt einfach. Es kommt, wann es kommt. Gelb oben. Aber wenn es beim Oben geht, das ist so schwierig, Mann. Ja, egal, wir müssen erst mal die Räume kennenlernen. Okay, okay. Wir müssen erst mal die Räume kennenlernen. Gelb, eine Räume oben. Ganz entspannt. Easy. Kleine Kaffeetasse. Basic Kaffeetasse. Easy. Gelb. Für Schaumier, Cappuccino. Let's go. Mindset, wir kriegen Schaumier. Genau, ich würde erst mal die äußeren Wände lang gucken. Warte, welche Ware war das? Eine Gelb. Auf gar kein Feld stehen bleiben. Ja. Das ist überhaupt nicht klug. Ja. Was ist das denn? Ja, Exa-Gun. Hä? Boah, da gibt es auf einmal nichts Gelbes. Bro, du gehst im Kreis. Gehst im Kreis, Bruder. Geh erst mal nur außen lang. Erst mal versuchen. Ah, da war es da. Nimm das. Ja, mach das. Ja. Let's go. Ich kann mich nicht entscheiden, wenn ich laufe im Kreis. Erst mal außen fahren. Und dann gehen wir mit. Aber entscheidend links oder rechts. Yeah. Also, pink, alles glatt. Pinke, oder rosa ist das eher. Wie so pink. Rosa, pink, glatt. Barbie, Dingens. Er ist doch. Oh, bitte. Er gönnt, doch. Nein, nein. Das war die Form. Ja, man muss auf alles achten. Okay, es ist so. Ja, unten war irgendein Zipfel noch. Er hängt auf seine Kappe. Irgendwas rennt da aber rum, ne? Egal, geh einfach außen erst mal. Außenpolitik. Äh, warte. Warte. Oh. Aber die Farbe? Klick mal, klick mal. Violett, ne? Nein, nein, nein. Das wäre aber genau gleich. Aber die Form war okay. Und man muss dazu kommen. Man muss in Räume rein. Genau. Erst mal außen, außen, außen. Wenn du denkst, außen fährst, dann Matsch in die Mitte irgendwie. Hacke. Oh. Ne. Mist, Mann. Scheiße. 20 Sekunden. Du hast aber gleich noch die Chance. Okay, ich gehe schon wieder. Okay, ich muss ein bisschen in die Mitte steppen. In die Mitte, 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 Mitte. Ja, ich muss mehr rein. Jetzt rein. Einfach reingucken, gucken. Oh, da, da, da. Nimm das. Nimm einfach. Boah, das ist schwer. Krass. Ja, du willst außen gehen, dann gehst du in einen Gang. Aber man muss dann einfach mehr mittig rein. Ja. Oh, hast du jetzt gepackt? Ja, versuch aber noch zu finden. Ach so. Kann es immer noch finden. Das ist irgendwo in der Mitte. Ja. Guck, da riecht es. Wir haben noch die Chance, Bruder. Jetzt sind wir einfach das letzte Level, Alter. Bro. Ja, das ist schwer. Hier. Nimm, 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 nimm. Das war das. Das war das nicht. Sicher? Das war nicht glatt. Das war das. Einmal. Okay. Willst du auch mal eine Runde? Komm, komm, komm. Wir machen immer am besten. Das ist ein besseres System. Das ist ein Speedrun, Leute. Crazy game, Alter. Okay, beste Runde war eins. Ganz top. Ein Rund. Alter, das hängt ja gerade fest. Oh, shit. Oh, den müssen wir finden. Haben, Bruder. Willst du das sehen? Okay, diesen verdammten Becher. Wölbung in der Mitte. Let's go. Let's go. Let's go. Boah, das ist so verwinkelt, ne? War das das? Die Farbe? Ja, Farbe? Oder? War das die Farbe oder Lila? Leute, schnell, schnell, schnell. Ah, nee, es war... Das war Lila, ne? Die Form war gleich. Ah, die Form war gleich. Das war Lila, glaube ich. Oh, das hier. Das ist der. Das ist gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Bruder. Oh, okay. Grün, innen so... Teich, äh... Schaum, Schaum. Ein klein, fein... Nee, einfach Weiß innen. Also so Neon-Grün und... Ja, Neon-Grün. Einen kleinen Rand. Merken, merken, merken. Okay, nice. Merken, merken, merken. Oh, er chillt da schon. Das? Nein. Nee, Neon-Grün. Nein, die Form passt nicht. Ah, ist das Neon-Grün? Ist zu gelb? Nee, das wird. Das blickern wir dran, so ne. Okay, er chillt schon hier aber. Nein. Sicher? Mach mal. Leute. Nein, nein, das hat sich noch so einen ganz feinen Rand. Okay. Oh, bin ich. Ich muss jetzt... Oh, der, 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 der. Nee, er hat keine Rand. Nein. Okay, ich muss Mitte jetzt Politik machen. Nee, mach's da rein, Bruder. Der gibt dich rein. Oh, shit. Brother. Ja, gönn doch. Oh, der gönnt Götter. Hat gar nichts. Ist zu gelb, ist zu gelb. Hier, hier. Ja, ja, ja. Nein, nein, der, der, der. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Let's go. Korrekt, Mann. Let's go. Stark, Dicke. Nummer zwei. Mit Henkel. Henkel und dann... Mitte Wölbung, Henkel. Untere Schicht. Ja. Ja. Ja, fast. Ein dunkles Fack. Was mit ihm? Wölbung. Er hat aber Wölbung. Wölbung. Wölbung fehlt. Ja. Mach dann erst mal mit so ein bisschen. Oh, er chillt hier schon. Kann er nicht packen. Du meinst, er kann einen packen hier? Lässt es lieber nicht. Ich glaube, er schläft. Boah. Was mit ihm? War lila? Es war... Ja, also... Lila nicht? Der, 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 der. Nein. Wölbung fehlt. Nein. Wölbung fehlt. Ich höre meine Schritte nicht. Aber die Farbe war richtig. Da hat die Games verwackt. Die hören die Schritte nicht. Oh, hier er. Zu kleiner Henkel? Ja. Nein, der Henkel. Zu kleiner Henkel? Zu klein. Ich glaube, der war größer. Shit. Ah, da sind auch noch ein paar durch. Yeah, Bruder. Er war das. Let's go. Nice, Mann. Nummer 3. Let's go. Oh. Okay. Oben weiß und... Kleiner Henkel und orange. Und so ein Rand. Krass, ja. Also, kann man sich merken. Oben weiß und orange. Ja, aber viele sind jetzt so ähnlich. Warte. Kleiner Henkel. Knallorange unten mit einem weißen Rand. Und oben weiß. Kleiner Henkel. Guck, die sind jetzt alle so ähnlich. Äh, knifflig dabei. Boah, der? Nein, nein. Der Henkel auch runter. Nein, nein, nein. Was ist mit ihm? Nein. Zu gewäckig. Shit, was ist das für ein Gang, Bruder? Oh, was ist mit ihm? Ne, der Henkel ist nicht so abgerundet. Der war zu eckig. Ist das sicher? Der war rund, ne? Ja, der war so rund. Sehr geschmeidig. Shit, ich glaube, ich bin zurückgegangen. Oh, shit. Oh nein, Bruder. Oh, er? Ne, ist zu weit unten. Boah, schwer jetzt. Sehr schwer, Bruder. Schwere schwer. Was ist mit ihm, Bruder? Er? Leute. Oder zu eckig. Oder war das der? Schnell, schnell, schnell. Warte, ne, zu eckig. Gehen wir den? Der, ja, Mann. Boah. Boah, alter. Nice, nice. Ist gut, ist gut, ist gut. Ist ja eifer, oder? Nein. Jetzt sind welche mit rundem Muster. Okay. Richtig eckig und lang, der Henkel? Weihnachtsmäßig. Genau. Komplett lang. Und diese Dreiecksform. Was ist das für eine Form? Dreiecksform. Also einfach Dreiecke. Das ist kein Dreieck. Das ist, ähm... Wie nennt man das? Triangel, alter. Viereck, Dreieck. Es ist ja ein Viereck, aber so... Länglich, weißer Henkel. Also rechteckig, lang, weiß und dann... Diamant einfach. Okay. Bringlein, bringlein. Okay, okay, okay. Ich hab jetzt schon wieder vergessen, wie das aussah. Ich hab's bekommen. Jetzt... Moment, ne, 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 die Form ist anders. Also die mittlere... Das Muster. Das ist der, oder? Leute! Schnell, schnell, schnell schreit! Also... Schon ähnlich, oder? Ist das der? Das war der, oder? Meint ihr, Leute? Ach, er hat zusammengepresst. Und... Gehen wir da? Er war das, oder? Ne, war nicht eckig. Wo war er jetzt nochmal? Nein. Nein? Nein, er war das echte. Das Muster war so zusammengepresst. Shit. War so genau so entspannt. Wo ist Richard jetzt? Ich hab den auf jeden Fall im Kopf. Ich hab das... Das ist crazy jetzt... Ja, nein... Was ist mit ihm? Nein. Esthers! Nein, länglich eigentlich. Shit. Nein. Nein. Oh Gott. Nein, bitte. Ich hab das mit ihm... Nein, zu klein. Ich hab das mit ihm... Nein, zu klein. Du hast noch ein bisschen eine Chance da. Oh, er ist hier direkt. Er chillt hier. Okay, es ist... Oh mein Gott. Geh aufs ganze, Digga. Reinladen lassen. War ich in der Mitte viel? Ja, nicht viel schon. Geht. Mist. Eigentlich muss man üben, wo man war, zumachen. Oh, genau. Wir haben gar nicht mit der Tür gespielt, ne? Ja, man. Du musst damit spielen, oder? Oh, hier war ich schon. Ich muss direkt zumachen. Okay, wir machen gleichfalls, verkacken nochmal so. Wer dreht durch, Bruder? Wer dreht durch? Ah, das ist wenn der Tür auch noch macht, glaub ich. Oh, das hab ich nicht gewusst. Nimm mal einfach den. Ich wusste es, der ist falsch. Schade. Weil wir Druck hatten. Wir haben noch eine Chance. Wir sind drin. Er ist genau hinter mir. Warte. Er dreht komplett durch. Es muss hier sein. Es muss hier sein. Wir sind ganz nah dran. Oh shit, Bruder. Oh mein Gott. Was ist der denn, Mann? Bruder, das kann nicht sein. Ich war überall. Die Tür ist einfach weg. Es sprengt die einfach komplett. Jetzt. Nein. Ist das schneller zuerst? Oh shit. Okay, jetzt mit Türen schließen. Jetzt mit Tür schließen. Das sieht das Ganze immer anders aus. Gelbe Tess. Innen weiß. Mist. Ja, genau. Einen ganz dünnen Enkel. Seid vorbei gelaufen die Manns. Leute, wenn ihr die seht, direkt sagen. Glaub ich auch nicht. Okay, gelb. Easy. Und pro neue Tasten sind dann wieder alle Türen offen. Glaub ich. Und dann kommen wir wieder neu. Kann sein, dass die noch zu sind dann. Man muss erst außen. Ja. Erstmal außen. System. Oder keine gelbe einzige Tasse. Das ist krass. Was heavy. Bro, hier. Ja. Jetzt so. Okay, komm. Ich glaube, da wäre der Bruder. Okay, gelb. Ganz normal Standard. Also gar nichts. Abgerundet. Hier ist dann wieder zu. Also sie bleiben noch von der Vorrunde zu. Ist auch shit. Lange Teil Bernd. Vielen, vielen Dank für die 10 Schweizer Franken. Hallo Marvin. Ich hoffe euch geht es gut. Uns geht es sehr gut. Wir hoffen dir auch. Beste Grüße in die Schweiz Bruder. Schöne Grüße. Aha. Nein, der Enkel. Nein. Die Form war so ein Mix aus Eckig und Rot zusammen. Ja, so clean. Sehr, sehr clean. Das da. Das ist es so. Oh, clean man. Motherf*****. Alter. Okay. Mit Farben ist eigentlich relativ easy. Basic Tasse. Auch wieder ein Mix aus. Enkelschnirkelig. Rot und Eckig. Und der Enkel geht über die Tasse hinaus. Ja. Let's go. Das geht, Bro. Das geht, Bro. Oh. Jetzt hättest du mal für eine Farbe gehabt. Pink. Ja, Pink. Ich geh außen. Außenpolitik. Was mit ihm? Wer ist das? Oh. Oder? Form, 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 Leute. Statement, Statement, oder? War das diese Farbe? Ne, die Form war so? Boah, ich bin mir gar nicht sicher. War das Statement? Könnte sein, aber irgendwann sagt man ein Gefühl so, ne. Kann ich nicht auch bei mir auch. Shit. Wollen wir das? Ich nehme das einfach mal lieber. Ich nehme das. Ich nehme das mal kurz. Ja, die beste Alternative. Ich glaube schon. Oh, er war das. Ja, weil ich hätte das noch nicht mehr ganz auf dem Schirm. Shit, wir müssen es merken, Alter. Ja, wir müssen... Okay. Langtein Bär mit 5.15. Danke. So, gut. Es freut uns, Bruder. Es freut uns. Okay. Kleine Henkel oben. Kleine Henkel. Eine kleine Grille. Und dann unten Knallorange. Let's go. Schmeckt der Schaum mir doch lecker. Ja, was ist das? Aber Orang und... So eine Orang, glaube ich. Und eine Grille. Auf Rillo. Cillo. Ich nehme das. Also etwas zu dir, ist das hier. Ich nehme es. Das ist gut. Nein. Das ist gut. Das wäre gut. Also, ich nehme die, ich nehme den. Wenn es nicht so gut geht, kann ich. Muss ich mir das. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich nehme die. Okay. Si? Das ist gut. Das ist 100% Ich glaube besser als einfach random Motherf*** Kleine T-Taste Feinen Rand Elegante Henkel Neongrün ist Diamant ist er Komm Wir gewinnen Sehr elegant Eleganter Tassenfit Was ist die so vorne? Neongrün Ist das die? Leute War der Henkel noch ein bisschen eleganter Aber es könnte Aber der Henkel war noch ein bisschen Die war schon sehr ähnlich Das am liebsten nicht testen würde Wenn das jetzt Dann nehmen wir die mal Ja Da kann man seinem Gefühl vertrauen Das war jetzt wichtig Okay Eckiger Henkel Full-Eckig Die Vase oben ein bisschen gewölbt Ist das Neongrün wieder? Neongrün Der Schluck Eckiger Henkel Das ist eigentlich einfach Kann man sich merken oder? Das ist ein Oschi Wie kann man sich merken? Was verdienen Bruder? Nein Ist er das? Ne, ist ein Muster anders Das ist wie so eine Melone Einfach Das? Nein Boah ist schwer Bruder Oh Ich muss außen glaube ich Außen außen Oh Langental Das schenkt eine Mitgliedschaft auf Ehrenmann Oh Ehrenmann Er ist willkommen an das Mitglied Willkommen und viel viel Dank Rest in Peace Rest in Peace Bro Oh Was ist das noch? Oh Wegen Gesellschaft Oh Voll schwer die Tassen Ja man Wenn die so gestreift werden Das ist echt eklig Oh meh nicht auswarte Er dreht komplett durchs Das Spiel ist zu schwer Bruder Das ist crazy Junge Das findet man alles Man findet doch kaum Tassen Bruder Ich schwör Was ist das Leute? Ja man Es geht ab Er ist weg aber irgendwie Krass das ist ein Abgang Wie ist der gespawnt? Jetzt kommen wir irgendwie nicht mehr mittig Shit Okay Dafür brauchen wir glaube ich mehrere Versuche Für das Spiel Leute wenn wir das weiter zocken sollen Das ist heavy Ja man Wenn wir das durchspielen sollen Leute Knallt die Daumen voll Dann machen wir das weiter Und wir gefällt uns dieses Game Was ganz anderes Ja man was komplett anderes Aber auch wenn auch immer creepy Ja man aber bockt auf jeden Fall Safe Hier ist Sir Leute Abonniert den Kanal Aktiviert die Glocke Um keinem zu verpassen Yes Wenn ihr wollt Leute Checkt unseren Merchup ab Link in der Beschreibung Ihr wisst Bescheid Gönnt euch was Kuscheliges Bis zum nächsten Video Peace Let's gooo Boah das ist hart Das ist echt ein krass Game Das ist krank Das schaffen wir niemals Vor allem wir sind gerade mal 6 gekommen oder so Ja Danach haben wir gar keine Gönnung mehr Genau Also Wir haben keine Ahnung Spannendes Game 6 oder 5 geschafft Ich glaube ich maximal Dann wirds immer schwerer mit den Tassen Das war schon echt gut Das ist krass Ja man Leute Vielen Dank dass ihr am Start wart Auf jeden Fall heute Ja man Knackiger Stream Ja man Hat Bock gemacht Auch viel Abwecks mit den Games Danke für jeden Zuschauer Der her am Start ist Leute Danke an alle Glocke aktiviert die Die Stars Ihr wisst Bescheid Aktiviert die Glocke Leute Um kein Stream zu verpassen Wir sind morgen wieder am Start Mit Horror Knackigen Horror Stream Ja man ihr wisst Montag Dienstag und Donnerstag Unsere Stream Tage immer abends Ja man Seid immer am Start Leute Yes Sir Und euch eine gute Nacht Würde ich sagen Schlaft gut Leute Yes Sir Wir sind raus für heute Bis zum nächsten Stream Leute Peace